so meine lieben also wir schauen uns jetzt an was heute plötzlich passiert ist wie ich vernommen habe hat matthias von segg plus gegen rus geschossen für mich jetzt unerwartet aber ich bin auch nicht voll drin deswegen schauen wir einfach mal rein so wir gucken jetzt mal was bei matthias abgeht angeblich platz der auf mich so also wir können das immer gucken dann werde ich mal was dazu sagen erstmal guck ich weiß gar nicht worum es geht und warum auch mich platzen sollte es gibt eigentlich keinen grund schlafen ist jetzt so leute ich trinke kann einer sagen wann es anfängt musste jetzt nicht glaube ich das ist der chef von segg plus leute der gründer und chef von segg plus ich habe den auch ein paar mal schon interviewt wir kennen uns lange eigentlich immer fanny eigentlich immer cool lustig von allen lager mitarbeitern ist das hier so bekloppt ist also ich weiß nicht wieso der auf mich abgeht ja der hat fahrrad gesporn seine zeit weiß nicht ob damit ziehen an was gemacht das weiß ich nicht aber ich habe das uns auch geplast viel viele male hiphop de placement was los placement wir hatten auch mal eine hitzige diskussion aber bei uns gar nicht da ist aber auch schon sechs jahre ich weiß nicht was der mann auf den herzen hat ich gucke mal jetzt sag ich euch wirklich mal die wahrheit ich bin der alte aufklärer ich bin der meinung noch niemand hat menschen den live streams auf youtube so gerichtet wie ich oder weiß so viel und denkt so schlau um ecken alle auf youtube reden zwar groß viele sagen auch ich komme also ich weiß nicht wenn man allein wenn ich weiß ja gar nichts darüber ich kenne den matthias nicht ich habe in der vergangenheit manchmal sachen von dem gesehen die ich tatsächlich sogar witzig fand also in der vergangenheit habe ich den immer als eher sympathisch wahrgenommen mir ist allerdings natürlich schon aufgefallen auch so dieses ist er jetzt aktuell noch sponsor vom 100 prozent finternil podcast mir ist auf jeden fall aufgefallen dass er schon so ein paar leute sponsert die schon ein deck schaden haben sage ich jetzt mal aber wenn ich das mal alles beiseite lasse wenn du anfängst bei einer story in dem du sagst niemand nimmt leute in live streams so auseinander wie ich ja wie soll ich das sagen ist schon unangenehm so als aussage weil das ja so eine massive übertreibung ist dass du naja wie soll man sagen daran zweifeln könntest ob derjenige den bezug zur realität noch hast weil es hat weil es ist ja blödsinn so niemand ist bei sowas der krasseste und wenn dann wäre es wahrscheinlich nicht er sorry bei aller liebe ja zurück aber wenn ich zurück bin werden eh wieder alle meine eier decken und ich sage jetzt schon mal die einzig wahre wahrheit über meis weil ich gerade so viel über meis geredet und rumhantiert das totaler bullshit teilweise und irgendwie was heißt bullshit das stimmt schon alles die kritisieren alle und ich gebe also ich gebe allen rechte die kritisieren so und ich erkläre euch jetzt aber auch ganz kurz wieso er bewiesen im unrecht ist so wieso sich alle unnötig aufregen und wieso dass das ganze thema jetzt hier mit drei minuten zugemacht werden kann okay ganz genau ich habe mich kennengelernt weil ich der erste war der ihm geld in die hand geben hat aus der ganzen eiweiß und bodybuilding aus der ganzen eiweiß bodybuilding youtube-szenen der erste dem geld in die hand geben hat und ein auftritt geboten hat und der kontakt kam natürlich fahrrad zustande das fahrrad hat auch mitgeholfen das stimmt an dem tag haben wir uns kennengelernt mit meis das stimmt da erinnere ich mich dran ok das war original henry jim danke für dein geschenkstab an gisem 97 vielen dank so der moise war in der in wien der war da rumhampeln auf youtube hat die rapper geärgert der fahrrad in der kolle waren cool mit ihm ich glaube kollega hat ihn auch moise getauft also der name moise kommt ja von kollega russ hat damals übelsten film auf mich geschoben bei der expo was mit nicht habe gefallen lassen wollte irgendwie war hat mir so ein spruch gedrückt für war pro unter 5000 euro mag ich gar kein interview so als wäre russ der gott der götter das stimmt nicht was russ hat geld verlangt für ein interview also höre ich jetzt auch zum ersten mal ich habe echt viele interviews mit russ gemacht ich habe noch nie geld zahlen müssen gott sei dank bitte russ fang nicht damit an geld zu verlangen für interviews aber ich sag das stimmt nicht wir haben uns voll verkracht ich habe den am telefon noch beschimpft und so nein hast du nicht boah matthias du bist laut geworden und ich bin laut geworden beschimpft haben wir uns nicht wir waren laut ich sag gleich worum es geht beschimpft hast du mich nicht wenn du mich beschimpft hättest würde sie jetzt nicht da sitzen und eine instagram story machen das wissen wir beide aber ich will nicht ich will nicht viel reden beschimpft hast du mich nicht deine schnauze du hast laut du bist sehr laut geworden ich bin sehr laut geworden aber wir haben normal geredet also normale inhaltlich ich weiß ich nicht was du vor hast hier aber ich sag gleich worum es eigentlich ging warum wir uns verkracht hatten denn da weil wir haben uns auch nur ganz kurz verkracht am ende bin ich ja reingekommen die videos sind ja online wir haben ja gearbeitet zusammen aber wollen wir mal sehen was ist einfach ein fakt roch und russ jetzt auch nicht abzustreiten so wir werden sehen matthias ist einfach ein fakt da bin ich ausgerastet so weil die art wir waren eigentlich freunde war total läppchen jetzt wird alles auf toxik geschoben sagt toxik ist so ein deutscher schon auch deutscher und der toxik hat das formuliert diese e-mail kann sein kann auch nicht sein aber warte mal erst wirft er mir vor dann sagt er kann sein kann aber nicht sein oh matthias alter du merkst ja allein schon an der art und weise wie ihr hier versucht zu argumentieren dass er sich ja maßlos selber überschätzt wenn er gerade noch vor gesagt hat er ist der typ der in live streams leute auseinander nimmt wie kann man sich selber nur so krass überschätzen ist doch okay du bist ein ultra erfolgreicher geschäftsmann aber du bist doch kein kein krasser rhetoriker das hört man doch nach zwei sätzen wie warum 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 denken manchmal so so einfach gestrickte menschen dass die so ultra genial werden ich verstehe sowas nicht voll beeindruckend ich schwöre bei gott ja richtig schlaue idee den 100 prozent fentanyl talk podcast zu sponsern auf jeden fall da merkt man schon die intelligenz für russ sein gesicht toxik war das ok für mein gesicht brauchst du nichts machen für mein gesicht matthias sorge ich selber wir werden gleich sehen dann aber muss ich jemand anderen suchen habe meister für russ job geholt wo russ nachher sauber war wo ich mit russ nachher vertragen habe das erzählst du nur zur authentität der geschichte dass es stimmt wo ich mit russ nachher vertragen habe habe ich beide eingestellt jetzt kommt ein wichtiger punkt leute jetzt kommt der wichtige wendungspunkt auch da wieso ich das sage nach der fibo als das erst mal bruder putz doch einmal in deine nase ist ja ekelhaft ich frage mich gerade gell also keine ahnung worauf das hier hinausläuft aber was wollen die alle von russ verstehe das gar nicht wo kommen die alle her was wollen die alle von ihm alter also so da geht gerade die eine geschichte zu ende und dann kommt sofort der nicht so wieder will wieder was neues aufmachen was soll das denn ich verstehe das gar nicht was hat er denen denn allen getan unglaublich alter ja so als ob die irgendwie denken der ist so leichtes ziel finde ich voll krass wenn ich voll krass aber gucken wir mal weiter also wenn das jetzt von der russ thema weg geht dann werde ich die sache kurz klarstellen das nervt mich matthias ich sage dir ich war immer korrekt zu dir ist es noch eine menge geld offen was du mir nicht bezahlt das für die wm ich habe für die wm diese hässlichen t-shirts von euch getragen ich habe diese zack plus werbung gemacht dann hast du das die ganze zeit auf malik geschoben der nicht mehr bei dir ist malik hat das auf dich geschoben irgendwann war so ein hin und her und ich habe auf jeden fall eine menge kohle bis heute nicht bekommen irgendwann habe ich aufgegeben ich habe wirklich aufgegeben und mir gedacht scheiß drauf ich habe ja auch durch euch verdient habe auch gearbeitet wirklich scheiß drauf ich habe malik übrigens noch ein paar mal getroffen wir arbeiten jetzt wieder zusammen mit malik macht jetzt diese sache wo der massiv drin ist und dann hat der malik der hat mich gebucht bin hingeflogen haben wir werbung gemacht für seinen schritt und dann habe ich meinte er zu mir habe ich den mal gefragt habe ich mal so ein speskes gemacht habe ich gesagt ja bro aber muss mir doppelt so viel zahlen ihr wisst du so spaß weil damals so hat er mir wieder gesagt hey bro ich habe da gearbeitet dies das matthias will ich nicht bezahlen oder will dass ich sieht das nicht ein weil was weiß ich vielleicht war mit meiner arbeit nicht zufrieden keine ahnung habe ich gesagt ja aber aber ganz gar nicht bezahlen was wart ihr nicht zufrieden du hast dich genug gepostet und so hat er gesagt ja ich habe dann gesagt scheiß drauf da meinte doch red doch noch mal mit dem um dem das ist der neue der den job macht bei zack habe ich gesagt bro ich habe keinen bock ich werde das nicht hinterherlaufen ist vergiss es ich habe es wirklich vergessen also das mal dazu wollte ich nicht erzählen aber wenn du so einen auf dem für sein gesicht kommst du so weiß gar nicht warum du mit mir so redest ich habe noch nie schlecht über dich geredet matthias ich weiß nicht warum du diesen schritt gehst aber ich sage dir mal was macht es ich habe mitbekommen als wir letztes letzte halbe jahre diesen ekligen shitstorm hatten jeder auf uns getrampelt bist glaubt nicht ich habe nicht gesehen dass du live gegangen bist und scheiße über mich erzählt das auch da haben mir die leute das geschickt und auch da habe ich gesagt ich weiß nicht was er von mir will eigentlich mochten wir uns waren freunde business freunde so mäßig ich weiß nicht warum er das macht der live stream gegangen hat scheiß über mich erzählt auch da habe ich es hin angeschickt und gesagt guck dir an sind wir am boden wer alles kommt und auf uns spuckt sogar ein matthias mit dem wir echt gut sind denn wir haben nichts getan er hat uns nichts getan guck mal geht so matthias ich habe dich nicht vergessen machte keine sorgen auch jetzt ich verstehe es nicht aber okay okay keiner hat das gesucht keiner hat das gesucht ich habe gar keiner hat den streit mit dir gesucht ich habe gar keinen streit mit dir aber wenn du es so willst okay also damit das klar ist weil das ein was los kostet nichts es sei denn du willst eine marke drin haben und eine marke richtig präsentiert haben das nennt man placement so wir hatten mit matthias jahrelang deals und wir haben auch gut verdient wir haben auch für ihn gearbeitet also für ihn seine sache macht dann kam diese wie nennt sich das so bei dieser fitnessmesse und zur zeit als ich bei hiphop.de war muss klar sein ich habe die deals nicht gemacht toxik ist der chef er hat die deals gemacht und ich habe ein share bekommen das ist nicht mein laden damit das klar ist und der toxik nach natürlich auch transparent mit mir gearbeitet ist ja klar ich habe einen fairen scherbe kommt toxik ist immer sehr fair irgendwann hieß es z plus dies dass matthias bucht also ich war da ein paar mal wohl und wir waren auch im gespräch erinnere mich hätte jeder an die einzelheiten aber irgendwann dieses er bucht meister buchte ich nicht dann habe ich den toxic gefragt dann sagte er ja der wollte die summe nicht bezahlen der wollte das was ich vor gefordert habe nicht bezahlen ich so ok ich weiß nicht mehr genau warum wir dann noch telefoniert haben ob er vielleicht über malik vielleicht habe ich mich abgefuckt darüber dass ich den job nicht bekommen habe weil es ist ja wichtig für mich das geld verdienen ist ja klar ich weiß es nicht mehr ich habe dann glaube ich entweder mal liegt weil mit dem war ich immer cool cooler ich habe so oft mit matthias ich weiß nicht mehr die einzelne das ist so viele jahre aber irgendwie haben wir geredet und ich habe dann wahrscheinlich gesagt immer weil es los mache hier alles kannst mir den job nicht nicht geben mir ging es jetzt nicht per se um wer ist meis ja wer ist meis ist mir sowieso egal aber er sagte dann er hat mich dann angeschrieben ja was soll das was wollte was fünf da unter 5000 euro mache ich kein video das ist bei gott nicht von mir und so etwas hat toxic auch nicht gesagt aber wollte gerne 5000 euro ich weiß nicht für den ganzen namen für pro video drei videos aber für den placement das muss klar sein und was wir dann verlangen oder was toxic verlangt hat der hätte auch eine million sein können also das ist ja egal es ist nur ich will nur nicht dass man verwechselt ich mache für ich bekomme kein geld für interviews das ist lächerlich aber ein placement kostet geld ist ja klar damit verdienen wir unser geld irgendwie hat er sich mit tobi nicht so verstanden und ich habe ich bin so ich bin der typ der direkt anruft und versucht tobi ist mehr so der e mail mensch und keine ahnung ich habe ihn dann gesagt bro vielleicht ist das über e mail falsch kommuniziert worden lassen doch quatschen dann nach der schreierei nachdem wir uns beruhigt haben da meinte er ja man jetzt habe ich schon den dinges gebucht ja okay dann mache ich was anderes beim nächsten mal aber dann muss ich sagen war er aber korrekt ich weiß nicht mehr ob er oder malik gesagt haben kommt trotzdem so damit ich trotzdem gegangen und guess what atobi ist toxic genau und guess what und deswegen nervt mich das gerade dass der so ekelhaft über mich redet ich habe mehr bekommen als fünf sogar acht bekommen ich erinnere mich an 8000 ich kann noch mal nachgucken es gibt e mailverkehr ich sogar 8000 bekommen und ich habe auch gar nicht so viel mehr gemacht aber ich will ja auch immer dass ich über ich über liefere auch immer wie sagt man über liefern das heißt wenn zum beispiel samsung zu mir sagt zwei postings vier postings für die summe dann mache ich nicht vier postings man macht natürlich bisschen so das eine ist schriftlich deal das andere ist die kunden ja auch zufrieden stellen so das war der tag übrigens dass ich bin da hingekommen alles war auch cool mit dem auch mit matthias war alles cool ich verstehe nicht wieso der immer so einen abfälligen ton über mich redet matthias das gefällt mir gar nicht weiß nicht wer du denkst du bist dass du mit über mich so redest bro ich rede auch nicht über dich so null respekt einfach das ist so diese das ist so diese nasenbär talk warum er hält sich für überlegen darum ganz einfach er hält sich für überlegen machst du das bro ich habe gar nichts mit zu tun ich fand den sehr nett als ich krankenhaus war dass er so ein post gemacht hat für mich ich verstehe es nicht wie du so etwas über deine lippen kommen kann ohne dass du checkst dass du so hässlich über einen redest ja keine ahnung bro ilia schreibt er redet über jeden so seit jahren also ich denke nicht dass über farid zu reden würde aber das ist üblich so über rus kann man den kleinen rus da kann man ja mal so reden aber über farid wird er nicht so reden man weiß was matthias das das ist echt schade das ist wirklich ekelhaft und lange rede kurzer sinn wenn wir schon so reden ja da ist noch eine menge geld offen und das nicht das nicht wenig für die wm fragt mich keine ahnung da habe ich noch deren so irgendwas t shirts getragen und zack werbung macht die waren ein bisschen unzufrieden kann man ja sein wir fanden du machst mehr postings oder so ja okay aber solches gar nichts kriegen also okay egal letztendlich hatten wir damals glaube ich der tobi wollte 5k haben für die für das placement was eigentlich fragt jeden größeren youtuber wie wir sind nicht so big gewesen damals aber das ist eigentlich auch keine summe so für sowas für die werbung aber ist ja egal kann ja jeder für sich entscheiden ob es vieles oder wenig am ende habe ich ja sogar mehr bekommen weil ich auch mehr gemacht habe ich habe auch mit ihm ein interview gemacht und das ist alles placement klar meinst du oder meinst du mich interessiert jetzt eiweiß shake oder was aber klar ist ein placement und ich war auch immer dankbar dafür das ist geld was du verdienst und ein interessantes interview ist es ja auch kollega ist da fahrrad ist da an dem tag gab es schlägerei mit arabfahrt hätte ich eine gefahren zulage noch kriegen müssen aber ein interview mit matthias ich fand das auch so interessant dass man es dass ich mich musste mich jetzt nicht quälen sagen wir so ich finde er hat ein business aufgebaut ist cool alles locker das das hätte ich nicht ich rede das nicht schlecht ich rede ihnen nicht schlecht aus einer marke nicht ich finde nur jetzt wie du über mich redest macht das habe ich nicht verdient man und ich habe das nicht vergessen dass du das schon im sommer gemacht hast ich verstehe dich nicht aber nur eins muss klar sein ich bin keiner der sowas auf sich auf sich wie sagt man so schön auf sich liegen lässt das ist nicht cool von dir ansonsten kann man sagen dass ich meine arbeit auch immer also sitzen lassen ich habe meine arbeit immer gemacht und ich habe auch immer geguckt dass alle zufrieden sind auch nachgefragt wie findest du das ding ist keine ahnung mal liegt aber nein super alles cool so bla ich sag immer mal ich wissen wir ein ansprechpartner war den malik ist auch ein jeder aus der szene kennt den auch der hat street cinema gegründet damals mit street cinema dann rausgegangen daniel macht street cinema weiter ja ich kenne malik noch von street cinema zeiten krass alter ist ja ewig dann ist er zu zack gegangen ist ein umtriebiger typ jeder kennt ihn das war so mein ansprechpartner also es ist keine ahnung bro weißt du was ich meine ist das für eine ekelhafte art russ russ der wollte unter 5000 auto mache ich mache ich nix habe ich niemals gesagt aber selbst wenn also ehrlich habe ich nicht gesagt aber absolut und selbst wenn toxik das gesagt hätte unter 5000 macht der russ nix ja am ende haben wir uns angesaugt aber als wir telefoniert haben habe ich verstanden was er sagt er hat verstanden was ich sage wir haben trotzdem geil zusammengearbeitet verstehe nicht warum er so das jetzt so ekelhaft raushaut ich bin kein wahrscheinlich baut deine fallhöhe auf wahrscheinlich braucht er irgendeinen stein des anstoßes um auf irgendwas anderes hinaus zu kommen ich weiß ja nicht ich bin mal gespannt egal es muss klar sein ich habe mir jahrelang im brand aufgebaut und jetzt willst du bei was los stattfinden jeder weiß es geht doch gar nicht nur mich guck mal ich mache einen coolen podcast bla 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 aber wenn ich gäste habe wie keine ahnung bushido massiv sido ich habe so stars aus der szene die eine reichweite haben die was los folgen werden massig geklickt na klar kann man das irgendwann also ich habe damit nicht deswegen nicht angefangen das wusste ich damals nicht dass sowas überhaupt geht nie gedacht dass ich dadurch irgendwann mal geld so geld verdienen kann und dann kommen marken man ich habe samsung geplaced wir haben playstation gab wir haben logitech gemacht bla 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 und ja von kleinen firmen von von so zack kann sich die summe nehmen die samsung bezahlt ist ja auch logo aber ja warum die beiden sich irgendwie der toxic und der matthias warum die sich irgendwie über ein e mail in die haare gekriegt haben oder so das weiß ich nicht alter aber ich habe toxic angerufen damals habe zu ihm gesagt bro das kann ich also ohne weil ich wollte natürlich sein nicht üben übergehen wäre auch hässlich für ihn er macht kommt nicht ich ruf an aber ich habe okay geholt von toxic sozusagen ich habe ihn erst mal gefragt ist das und das habe ich gesagt wollen die nicht habe ich gesagt gut vielleicht kann ich den job noch retten ich rufe mal an das ist alles matthias in deinem leben was mich nicht bestimmt glaub mir wenn es um hättest du mich bestimmt wäre ich wahrscheinlich so wie ich mich kenne nicht dahin gekommen hätte gearbeitet meinst du ich geh irgendwo hin wo man mich beschimpft hat vorher oder was was ich dazu sagen kann ist nur bruder das ist seltsam wie du über mich redest bro ja gut weiter geht's in interviews gemacht ich habe damals schwarz geld auf die hand gegeben so von meinem privatkonto überwiesen das heißt weißes geld von mir aber quasi nee das war also quasi versteuertes geld also schwarz geld für ihn die moment für mich versteuertes geld auch hier warum sagt er das ich meine was man muss jetzt mäustig feiern die selbst selbst wenn es selbst wenn es stimmt oder auch wenn es nicht stimmt also das ist ja genau diese art von anschwärzerei die ich einfach nicht verstehe das ist genauso wie wenn leute auf twitter also ich meine ich rede hier nicht von dass also der eine fügt dem anderen einen schaden zu und dann macht keine ahnung also du wirst zusammengeschlagen und du hast gar keinen streit körperlichen streit gesucht und dann kontaktierst du die polizei ist ja noch mal was anderes aber jemanden anzuschwärzen das ist ja so wie streamer die sich dann gegenseitig in ihren tweets die dann twitch markieren oder so also das das finde ich so ekelhaft diese anschwärzerei dieses denunziantentum finde ich voll ekelhaft ich schwör die ist das aber warum wächst du ihn jetzt nach sechs jahren kommst du sagst ja wie schwarz bezahlt gott sei dank wir haben immer rechnung gemacht gar keinen bock und dabei cool mit so ich bin ein bisschen krank ich bin auch echt ein bisschen krank geworden eine ewigkeit später ich verstehe nicht wenn du so du bist so ein geschäftsmann du bist so ein businessman wieso wieso hast du so einen drang in die öffentlichkeit zu gehen wolltest du eigentlich in deinem leben was anderes machen wolltest du eigentlich rapper sein oder influencer oder content creator wie also wieso vermischt man das so dass du schadest doch voll deiner reputation von deinem unternehmen wenn du so in live streams gehst vor allem natürlich auch wenn du wenn du ich meine also eins weiß ich ich habe jetzt schon öfter in den letzten jahren von matthias clemens so live streams gesehen wo er gegen personen geschossen hat ich fand es auch oft unterhaltsam sage ich ganz offen und ehrlich also ich fand das auch manchmal lustig und habe es mir auch reingezogen was der gemacht hat zum beispiel damals mit in scope aber ich was ich mir jetzt gerade denke weil ich jetzt zum weiß ich nicht wie viele male sowas sehe und jetzt geht es halt auch noch gegen rus und ich kann es auch bis jetzt absolut gar nicht nachvollziehen wie 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 zuträglich ist es eigentlich wenn du ein business mann bist wenn du geschäftsmann bist und dann sind von dir so live streams im internet wo du so beefs hast ist es schlau ich habe keine ahnung 2000 jahre später und das war schon historien das alles doch schon jahre her so nur damit das klargestellt ist oder bruder wir müssen reposten weil jetzt während alter was für rülpse dicker ich kotze gleich ich hier live mit der stories gegen mich gemacht bruder dann schaue ich mir das halt an kleinwüchsiges opfer was redest du für eine scheiße ich habe in einem nicht mal nicht mal sein seite was macht kleinwüchsiges opfer für einen film sollte ich mich komplett zerstören so du hast niemanden zerstört ich höre noch mal kleinwüchsiges opfer was redest du für eine scheiße ich habe in einem nicht mal nicht mal sein seite was machst du dafür im film soll ich dich mal komplett zerstören so du hast niemanden zerstört so du hast doch nicht beschädigt zerstört also jeder lacht über dich mit deinen fünf beschädigt videos ich habe in einem nebensatz erwähnt dass du dich planiert hast mit deinen 5000 euro die geschichte in maman ist nicht über dich ich habe nicht über dich geredet und ich schuld dir einen scheißdreck du bist ein abzocker du hast mit malik damals irgendwelche filme gemacht wollte 17 18.000 euro haben und malik hat noch gesagt weil malik ist ein wick und schlau wick lass uns russ die hälfte geben russ macht nur fitness da draußen aber russ ist an dir nicht eine abzocke du wolltest eine lifestyle mit mir machen hast du aber nicht geschickt bekommen du hast die werbung nicht geschickt bekommen du hast doch selber zu mir gesagt ich habe nichts gemacht amalik hat auch nichts gemacht und wolltest du von mir geld haben du bist ein abzocker du bist genau so ein voll wie morgens so lass mich nicht über dich reden lass mich nicht auf dich explodieren mit deiner sch*** weil ich einen satz gesagt habe so braucht kein anderer kommen so bevor ich auf dich explodieren dann mache ich meine story über dich mein gott alter der ist ja voll cholerisch was hat er gesagt wenn ich kommen braucht was hat er gesagt ich verstehe sie anwalt kommen ich muss noch mal ich kann bock das zurück zu spuren hey bro matthias bist du irgendwie besoffen oder auf auf nase beruhig dich mal erst mal wenn du nicht zum anwalt gehst wird kein anwalt kommen macht dir da keine sorgen es hat über es ist überhaupt gar nichts passiert entspann dich wir haben einen deal gemacht ich habe den deal nicht mit dir gemacht fair enough wir haben den deal gemacht mit ich habe den deal wie immer wie immer mündlich gemacht mit malik ich habe ein paar sachen gemacht wenn du oder malik unzufrieden wart hätte dir sagen können es hat mir nie einer gesagt wir haben gespräche gehabt ich habe immer angeboten das nachzuholen es gibt ja tausend möglichkeiten mit dem produkt was nachzuholen habe ich habe immer das gefühl gehabt ihr wollt das geld nicht bezahlen wasser vielleicht bisschen zu viel für euch oder in dem moment zu viel ich habe keine ahnung aber was ich einfach scheiße fand ist keiner hat keiner hat mir eine info gegeben malik war ewig nicht erreichbar also ich habe dich nicht angerufen glaube ich malik war ewig nicht erreichbar dann war habe ich mich mal bei dir ausgekotzt dass der malik nicht erreichbar ist dann hast du gesagt machen wir schon also also keine ahnung irgendwie auf jeden fall ich habe das geld nie bekommen ich habe nicht einen anteil davon bekommen ich habe kein stück davon bekommen egal aber egal so du packst hier unnötig einfach irgendeine story über mich aus also und dann regst du dich auf wenn ich was auspacke oder wenn ich darauf antworte matthias mein lieber man kann nicht einfach irgendwas in den raum stellen auf instagram story gehen und dann dann erwarten dass also ich muss sagen bei den sachen bin ich natürlich komplett überfragt also da höre ich einfach bloß zu weil ich weiß darüber nichts ich merke halt nur dass er dass der typ auf jeden fall komplett ausrastet aber ich kann das kaum beurteilen aber russ russ kenne ich zu russ habe ich einen bezug ich weiß dass russ kein schwätzer ist matthias klemens kenne ich nicht persönlich dass ich das einfach schlucke so weißt du und mich zu beleidigen somit also ich habe dich auch nicht beleidigt brauche bleib entspannt das beleidigen stirbt uns nicht kleinwüchsiges opfer okay und jetzt ja dann wenn du mich schon vielleicht bezahl wenigstens ein teil von diesem geld bezahl wenigstens was jetzt jetzt kannst du es auch bezahlen hier ist das geld du kleinwüchsiges opfer dann wäre es wenigstens mit substanz gewesen und du bist ein vollidiot wenn ich über moise rede und in einem ich bin kein vollidiot das weißt du ganz genau erwähne wieso ich moise kontaktiert habe durch die absage bei dir weil du freche nachrichten schreibst was macht das verstehe ich dass du das so machen wolltest hey ich hatte das aber du hättest sagen müssen du hättest doch auch sagen können was mit russ zu anfang nicht geklappt hat du hast mich versucht runter zu machen vielleicht schaust du dir ein video noch mal selber an nein ich habe vielleicht fünf minuten über dich geredet den rest haben wir deine story geguckt also wir haben nicht einen ganzen twitch über dich gemacht verstehe ich dein leben ich schwöre ich oh mein gott that escalated quickly bruder matthias stelle ich hinten an viele wollen mein leben ich finde dein leben du abzocker bitte matthias verschon mich mein leben nicht bitte matthias bitte nicht mein leben was ist jetzt passiert was ist jetzt passiert wo kam das auf einmal her warum platzt er plötzlich so die beste marke das eiweiß von euch ist super hammer bitte nicht mein leben aber vielleicht bezahl was offen ist du wolltest 6 plus abziehen sonst gar nix guck mal du ich bin mein ganzes leben habe ich noch keinem was schuldig geblieben das weiß jeder jetzt verstehe ich weil russ diese diesen offenen betrag erwähnt hat und das hat ihn in seinem stolz gekriegt alter ich denke mir gerade was anderes ist der alleine in diesem haus oder wohnung wo der ist alter die anderen menschen die in diesem haus oder wohnung sind die müssen ja angst kriegen wenn der da so rum schreit im wohnzimmer das stimmt nicht lasse ich jetzt einfach so beiseite warum schreit im wohnung ey bro alter soll ich mal ey bro ey ja und das darf man ja wohl noch sagen du bist tausend leuten was schuldig geblieben ich bin tausend leuten was schuldig geblieben dann sag ein sag mal ein ja das war auf jeden fall krass er hat zugesagt und nicht bezahlt das fand ich witzig ich habe mich rumgeheult das war witzig ich habe ein video dazu gemacht das stimmt ich habe für dich gearbeitet das war ein placement du hast alles bezahlt du hast die FIBO Sachen bezahlt das war cool Hotel war cool angenehm Arbeit war auch cool war auch kein Druck und so das habe ich auch schon ein paar mal gesagt das war cool eine Sache ist noch offen aber die hätte ich auch jetzt nicht erwähnt hättest du nicht versucht mich so runter zu machen ich habe die Sache schon damals zu Malik gesagt vergiss es kannst du Malik fragen aber ich glaube du wirst nicht mehr gut mit Malik und mit einigen Leuten nicht mehr aber das ist ja das Problem ich habe halt versucht über die irgendwie um mein Geld oder ein Teil daran zu kommen keiner hat Kontakt mit dir jeder schiebt es auf den anderen ja gut so ist das nun mal mein Gott guck mal du kommst aus du kamst aus Essen du warst Expo Köln ich habe dir ein Fünf-Sterne-Hotel geholt stimmt oder stimmt nicht ich bin ein Hurensohn wenn ich nüge Bruce okay also ich bin nicht der Meinung dass du ein Hurensohn bist das würde ich nicht sagen aber ein Fünf-Sterne-Hotel war es glaube ich nicht ich meine es war ein echt cooles Hotel wir waren einmal in so einem ich glaube nicht mal ein Stern das war einfach so übernachten Hotel was ich voll okay bin damit das war direkt neben der Expo und einmal waren wir direkt vor Dings das war ein schöneres Hotel Fünf-Sterne weiß ich nicht ich finde es gut dass Bruce so entspannt reagiert relativ so dass er versucht das halt irgendwie ernst zu nehmen und irgendwie sachlich darauf zu reagieren das ist ja völlig unverhältnismäßig wie der gerade explodiert ich meine Bruce hat ja im Prinzip nichts Schlimmes gemacht er hat einfach widersprochen diesen ersten Storys was er da gesagt hat hat er halt einfach etwas über Bruce gesagt was Bruce halt einfach abstreitet und der Ton gegenüber ihm war schon herablassend so natürlich war das keine keine Kriegserklärung aber das hat Bruce ja auch nicht gemacht erst das jetzt diese Storys von diesem Matthias bringen es auf dieses Eskalationsniveau weil er so durchdreht weil er so cholerisch reagiert ok weiter geht's also ich weiß nicht was das zur Sache tut so ja wollte ich auch gerade sagen das tut doch gar nichts zur Sache also der springende Punkt ist ja dass der ähm dass der äh der Matthias am Anfang bei dieser Story über Mois irgendwas erzählt von wegen Bruce hätte ihm so und so gesagt hätte sich so und so bei einer Verhandlung verhalten was Bruce von sich weiß und dann daran erinnert dass da noch ein Betrag offen steht so und daraufhin reagiert er jetzt angefressen die Art und Weise wie er diese Angefressenheit kompensiert scheint halt irgendwie cholerisch zu sein weil ansonsten würdest du ja sowas nicht erwähnen ich meine was spielt denn das für eine Rolle dass du ihm ein Hotel also bezahlt man bezahlt ja keine offenen Rechnungen mit Hotels oder das ist ja so wie keine Ahnung hier ich zahle ich zahle mit ich zahle mit einer Uhr ich zahle mit einem mit einem T-Shirt oder so alles cool wobei mit einer Uhr und mit einem T-Shirt zu zahlen wäre wahrscheinlich noch besser als mit einem Hotel weil in einem Hotel schläfst du nur eine Nacht danach bist du wieder weg wie gesagt wir waren auch mal in ein kein Sterne Hotel ich weißte das war direkt um die Ecke von der Expo Matthias wird sich erinnern da waren auch alle da hab ich auch Leon getroffen und so aber ich fand es so angenehm alle waren da war ein kleines Zimmer also weiß ich nicht Bro das ist völlig unruhig sicher er hat ihn doch eingemischt was ist mit dem los wie der übertreibt er hat einfach in seinem Twitch Stream darauf reagiert weil er da drin erwähnt wird dann hätte er ihn ja nicht einmischen dürfen Alter wie kann man so gottlos übertreiben Alter krass ein undankbarer Schwanz ich höre bei Gott ein undankbarer Schwanz bist du so in Kurzversion mit dir du abgebrochener Gartenzwerg Kurzversion Expo 5 Sterne ich hat irgendwie ich finde Matthias hat es nicht oft genug erwähnt wie war das jetzt nochmal ist Bruce klein oder groß ich weiß jetzt nicht mehr ich bin mir irgendwie nicht ganz sicher Matthias hat es hier nicht ganz klargestellt ob Bruce jetzt irgendwie klein oder groß ist ich bin mir nicht sicher kann jemand im Chat mich aufklären ist Bruce klein oder groß ich weiß nicht es ist ein wichtiges Argument für mich damit ich einschätzen kann ob Bruce jetzt im Recht ist ja voll voll die Eng ja das ist auch voll komisch also vor allem wenn ich mich mit jemandem streite dann streite ich mich mit ihm über das worum es ging es wäre ja was anderes gewesen wenn Bruce jetzt angefangen hätte zu sagen ey Matthias du dies du das ich werd dich amsen ich werd dich bla bla dann kannst du so antworten wenn du Bock drauf hast aber wenn der andere einfach nur sagt ey das stimmt nicht was du da gesagt hast und by the way es steht noch ein Betrag zwischen uns offen dann antworte doch auf diese Punkte anstatt auf du bist klein du abgebrochener Gartenzwerg du bist klein du fort dies das das ist schon echt nicht wirklich geistreich sag ich mal und ganz ehrlich um jemanden in Livestreams zu ficken reicht das schon lange nicht mehr aus du exklusiv hatte keiner gehabt nur du mit deinen hohen Ansprüchen bei Gott das stimmt nicht dass ich das irgendwie anspruchsmäßig wollte er versucht mich so jetzt aber guck mal ganz ehrlich guck mal Matthias und wenn ich 17 Sterne wollte und einen fliegenden Elefanten das wollte ich du hättest jetzt das sind so mäßig du sagst ich wollte das okay hast du bezahlt danke aber es stimmt nicht man ja danke du warst cool du warst nett du hast ein paar mal bei uns geplaced hast du auch immer gut bezahlt das habe ich schon 100 mal erwähnt auch aber trotzdem gehst du einfach so live und redest schlecht über mich und Tobi du sagst warum warum machst du das und ob das ein Nebensatz war ob das so war ob das nix war drei Sätze waren warum machst du das rede ich schlecht über dich das ist immer das beste Argument ist doch scheißegal ob es ein Nebensatz war ich kann auch sagen ja ich ich reg mich total auf über was weiß ich ich reg mich total auf über KuchenTV und KuchenTV dies und KuchenTV das und KuchenTV das und KuchenTV dies ach ja und MC Peter ist ein Hunde und KuchenTV dies und KuchenTV das dann war das auch nur ein Halbsatz aber wenn dann MC Peter abgefuckt auf mich ist und darauf öffentlich reagiert dann brauche ich mich auch nicht beschweren das mit dem Betrag hätte Ruth besser nicht erwähnen sollen weil Matthias Rufschaden nimmt und die Partner ihm nicht mehr vertrauen ja ja also wenn wenn Ruth ähm in in Matthias Sinne denkt dann hätte er es nicht machen sollen die Frage ist halt warum sollte Ruth in Matthias Sinne denken wenn Matthias vorher eine Insta-Story macht wo er über Mois redet und dann Ruth mit einmischt und irgendeine äh ein Ereignis aus der Vergangenheit äh falsch darstellt aus Ruth Sicht und das halt auch noch auf eine herablassende Art und Weise warum sollte Ruth dann irgendwie in Matthias Sinne denken dann könnte man ja eher denken ja dann sollte vielleicht der dann sollte der äh Matthias Clemens vielleicht diese Situation mit dem Betrag vermeiden einfach diesen Betrag begleichen dann ist das kein Thema was öffentlich angesprochen werden kann oder halt am Ende des Tages wie ich es halt vorher schon gesagt habe vielleicht einfach keine Livestreams machen also ich sehe hier so wie ich das beobachte ich meine wir schauen ja gerade das VOD von Ruth an das ist ja gerade erst vor ein, zwei Stunden passiert vor zwei, drei Stunden besser gesagt passiert äh Ruth war live der Matthias Clemens fängt an Insta-Stories zu posten und redet halt über Ruth und dann reagiert Ruth halt ich weiß nicht ob manche Leute immer noch nicht richtig verstanden haben wie Twitch funktioniert du reagierst auf Dinge und vor allem auf aktuelle Dinge wenn, wenn aktuell etwas passiert dann kriegst du es sofort mit die Leute in deinem Chat schreiben es dir du kriegst Nachrichten ist doch klar dass du dann darauf reagierst ich meinte nur besser zum deeskalieren ja aber warum also warum muss guck mal das ist so wie jemand schlägt seine Frau und dann soll die Frau also das ist jetzt vielleicht ein überzogen polarisierendes Beispiel von mir aber das ist so wie der Rat ja dann darf sie ihn halt nicht so aufregen oder provozieren verstehst du was ich meine warum muss Ruth denn deeskaliert sein er hat doch angefangen ihn in seinen öffentlichen Insta-Stories reinzubringen und man weiß doch selber was Ruth die letzten zwei Jahre durchgemacht hat ist es nicht genug gewesen dieses Rumgehacke auf Ruth dieses Denunziantentum diese Verleumdung diese Dippenhaft dieses Vorverurteilen ist es nicht genug gewesen muss man dann jetzt irgendwie live gehen und schon wieder negative Dinge über ihn äußern gerade nachdem eine Sache so abklingt und darf Ruth sich dann darauf also muss Ruth dann derjenige sein der an Deeskalation denkt weiß ich nicht ja also ich denke hier gibt es auch nichts mehr zu deeskalieren wenn so beleidigt wird na klar hat dieser Matthias hat natürlich erst jetzt angefangen zu beleidigen aber ich persönlich fand die ersten Stories schon also diese Story da steht halt Aussage gegen Aussage aber Ruth ist mein Freund ich glaube Ruth und ich fand schon auch dass es herablassend war die Art und Weise wie er es gesagt hat ja ob man als Geschäftsführer der halt so ein Businessman ist überhaupt solche Stories machen muss das ist ja eine völlig andere Frage vielleicht hatte er nur seine 5 Minuten ja aber Bro muss man solche 5 Minuten haben muss man als Geschäftsführer von einem Unternehmen was auch mit mit Influencern und bekannten Persönlichkeiten auch aus der Rap Szene arbeitet muss man da muss man da solche 5 Minuten haben ist das schlau weiß ich nicht kommt mir irgendwie komisch vor also wenn irgendeiner von Holy anfängt solche Stories zu machen dann sagt mir bitte Bescheid ja I don't know also ich sehe hier auf gar keinen Fall Ruth also als den Initiator dieser Sache sondern schon ihn muss ich schon sagen das ist auch das zweite Mal dass du schlecht über mich redest warum machst du das entschuldige dich dafür dann ist gut fertig ich hab gar keinen Dings und jetzt wo wir schon dabei sind Real Talk ja das ist das ist gut auf den Punkt gebracht was Denner schreibt er hat Ruth als Geldgeier dargestellt und und darauf zu sagen im Gegenteil der schuldet mir eigentlich sogar Geld finde ich nicht schlimm dass Ruth diesen Angle genommen hat ja finde ich auch nicht absolut nicht absolut legitim jemand stellt dich so da ja ich hab ja damals mit einem anderen gearbeitet weil der kam mir so unter 5000 bla bla damit stellst du ja ganz klar den anderen du suggerierst deinen Zuschauern und Zuhörern ja der Ruth der ist halt so ein Geldgeiler und das passt ja dann perfekt zu diesem Narrativ Ruth so Ruth das Ruth Beef Ruth Bruder Ruth Kohle Ruth dies und dass dann der Ruth sagt ach so okay ich bin also ein Geldgeiler Geier warum hab ich dann dieses offenstehende Geld noch nicht zurückverlangt finde ich ehrlich gesagt ja für die Folge und so dies das Bro jetzt zahl einfach das was offen ist du weißt ja du zahlst das oder ich zahl das du weißt ja wie das läuft 50 groß aber ansprich als wärst du 2,50 Meter groß red nicht über mich du 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 lass mich richtig an gerade ich nur bei Gott lass mich kein Fass auf dich aufmachen du er macht du das größte Fass auf was ich je gesehen habe und er sagt lass mich nicht das Fass auf dich aufmachen ey Bruder ey was ist was ist los auf der Welt wann ist das haben wir haben wir seit Corona so einen extra Dachschaden bekommen oder hat das schon immer unter uns geschlummert und wir haben einfach bloß die Live-Funktion noch nicht so effizient ausgenutzt was ist das Alter boah heftig man der macht ihm einfach so Kriegserklärungen so als ob die beide so Staatspräsidenten wären mach mal einen Fass-Counter ab 10 werde ich noch Zinsen nehmen guck mal Matthias wenn du das hier guckst jetzt bin ich sauer das Geld was du mir zugesagt hast was wir abgemacht haben über Malik will ich von dir bekommen und auch nicht mehr zur Hälfte nein komplett wir haben das abgemacht ich will das ich will das glaub mir ich will das Geld haben ich habe diese Sch*** gepostet und ich will gar nicht sagen dass das Produkt schlecht ist oder so aber habe es gepostet habe meine Arbeit gemacht es war eine WM Posting vier Wochen lang oder so und ich weiß gar nicht mehr genau wie viel das war ich werde nochmal nachschauen aber bis gerade noch habe ich gedacht bis vorhin war die Sache schon für mich gegessen aber ich werde hier nach dem Stream Malik anrufen oder morgen und ihm sagen bitte ich will jetzt das Geld wie sieht es aus hier ich schwör bei Gott wie soll ich Seck Plus abziehen mein Gott er sagt ich rufe ich rufe den Malik an und dann eine Sekunde später beleidigt der Matthias den Malik ach du Sch*** boah hat dir die Hälfte des Geldes gegeben dir steht nix zu Jarrack stand dir zu eines Mollets bekommen müssen macht er doch das bitte Jarrack jetzt erinnert mich ein bisschen an Dingsbums an Casius aufs härteste aufs härteste beleidigt Jarrack Hallo ich bin's der Chef Hallo Chef Einmal Döner Welche Fleisch Japprack Alles klar weil du nicht behindert bist aber weil du halt Nachteile hast was was ist das für ein boah das ist echt peinlich das ist so Ableismus so 2024 irgendwo hast du schon mal gehört ey ist eigentlich nicht mehr so cool kann man nicht mehr so machen aber du hast einfach du bist einfach nicht da über sowas hinaus bewaffnet du hast sonst nix dir fällt einfach nur sowas ein du kommst auf nix anderes deswegen kannst du nur auf die dinge zurückgreifen wo du eigentlich selber schon mal gehört hast aber höchstwahrscheinlich weiß es jetzt nicht ich will es nicht zu krass sein aber höchstwahrscheinlich ist das dann natürlich die berühmt berüchtigte nervige man darf ja gar nix mehr sagen Walkbubble die sich darüber dann aufregen würde keine Ahnung weiß nicht ob es bei ihm so weit geht ich weiß ja ehrlich gesagt nicht wirklich wie er denkt ich hab immer nur immer wieder so im Laufe der Jahre seine Beefs halt mit anderen Leuten mitbekommen und manche davon fand ich ehrlich gesagt auch witzig also da fand ich ihn witzig und die anderen lächerlich deswegen also das ist jetzt der erste Beef wo ich jetzt so ein Gesicht von diesem Matthias Clemens sehe was auf jeden Fall nicht schön ist und das hat nichts mit diesen Bildern hier zu tun hey Matthias Nase hochzieht aber war das nicht so aber war das nicht schon immer so bei dem also ich glaube solange ich Videos von dem gucke ich glaube in der Pandemie also ich wusste ich kannte davor nur so den Namen von ihm so von Behind the Scenes aber in der Pandemie habe ich zum ersten Mal Videos von Matthias Clemens gesehen wie gesagt wo er diese Beefs hatte da auch mit Inscope und sowas und alles was ich bisher jemals gesehen habe der klingt immer verschnupft vielleicht hat er auch wirklich so äh anatomisch irgendwas dass er immer so nasal klingt er klingt doch immer nasal immer Ich will das Wort nicht sagen weil das ist eib ich bin nicht wie ihr ich mach nicht diese Filme mit die Bushido mit dir gemacht hat ich mach das nicht aber lüge nicht über mich komm nicht ich hab mein Wort gekochen oder ich hab Leuten unser Geld nicht bezahlt ich hab dir Geld bezahlt obwohl du gar nichts kriegen müssen hätte die Geschichte niemals geöffnet weil du ein Abzucker bist auf Arminus Grab Wort Wort hat Malik zu mir gesagt Wort wird hat Malik zu mir gesagt wir sind jetzt verkracht der wird das bestätigen was er gesagt hat wenn nicht ist er auch ein Bastard ist er eh aber ist ein richtiger Bastard ich sag das also er will dass der Malik für ihn irgendwas bestätigt wenn er es nicht macht ist er ein Bastard aber eigentlich ist er sowieso ein Bastard also wahrscheinlich ist ihm in dem Moment eingefallen wahrscheinlich wird er das doch nicht bestätigen also damit ihr wisst Malik hat sehr lange für ihn gearbeitet das war so das Gesicht für uns Instrumenter und Talken und er die sind nicht gut auseinandergegangen wie man das hört das ist übrigens der Grund warum ich mein Geld nicht bekommen habe das war zumindest die Aussage von Malik weil er sagte was soll ich machen ich bin da nicht mehr die Stars wende dich bei dem an den Neuen der da ist der meinen Job hat aber ich hatte ja keinen Bock drauf ich wusste irgendwie dass Ruth schreibt im Chat du bist schon die ganze Zeit da Ruth Ruth schreibt auf jeden Fall im Chat ich sage hier dass ich Malik auf jeden Fall anrufen werde um das zu klären ob er wirklich Geld bekommen hat was er mir nicht gegeben hat das wäre natürlich Asi er wird am Ende nachher in der letzten Story auch sagen dass ich ein ja keine Ahnung Waschlappen bin dass ich jetzt Leute anrufe wie Malik dabei muss ich ihn anrufen um das zu klären ja also achso also er behauptet er hat das Geld für dich dem Malik gegeben oder wie und du hast aber davon nie was gesehen also schiebt er das jetzt quasi dem Malik in die Schuhe oder wie das ist echt hektisch crazy ja er schiebt das auf Malik und ich muss ja Malik anrufen um ihn zur Rede zu stellen machst du das rufst du ihn an ja muss ich ja er tut aber so als ob ich hinter Männer Männer anrufe mäßig Dickerchen ok gucken wir weiter das wird nix also auf Aminos Grab Amino ist sein Hund der verstorben ist guck mal Ruth du Sch*** nochmal dass du meinen Namen im Mund nimmst ich schwöre ich bin nicht Bushido ich bin ein anderes Level bei diesem Livestream gegen Bushido hast du auch verloren es ist peinlich was du machst nochmal womit habe ich dich verdient mein Gott aus dem Maliks Worte eins zu eins danach lege ich mich hin weil ich bin eigentlich krank natürlich noch kränker du kotzt mich an Ruth Maliks Worte eins zu eins Ruth hat das verkackt und ich habe das verkackt eigentlich hat Ruth kein Geld verdient aber Ruth 2019 18 Ruth ist der größte Fitnamacher in Deutschland Matthias gibt ihm wenigstens die Hälfte des Geldes obwohl er nichts getan hat und nichts verdient hat Ruth wird so eine Fitna gegen dich machen das ist nicht mehr auch dass es schlecht für Seknus ist außerhalb durch alles schlecht fürs Geschäft deswegen Ruth hast du überhaupt was bekommen wenn es dann mir gehe nein ich habe nichts bekommen Bro also ganz ehrlich jetzt mal Real Talk ich guck mal ich lasse ihn kurz ausreden dann sage ich mir was ich denke für diesen Livestream Deal also ich finde also das muss jetzt echt aufgeklärt werden also da muss tatsächlich Ruth dann mit diesem Malik reden weil also also einer lügt hier einer sagt hier die Unwahrheit besser gesagt kann ja nicht sein also entweder sagt der Matthias die Unwahrheit oder dieser Malik hat damals halt einfach das Geld nicht weitergegeben und einbehalten ganz komische Kiste und was meint der überhaupt damit du hast verkackt und deswegen hast du das ganze Geld nicht verdient was heißt denn das hast du irgendeine eine 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 abgemachte Leistung nicht erbracht oder wie wird erklärt schau weiter okay alles gleich guck weiter das war das war eine sogenannte respektlose Leistung von Ruth bis heute keine Dosis verkauft du hättest einen Schwanz bekommen und ich hab noch nie eigentlich bezahlt ganz Rap Szene weiß von den kriminellen bis zu den normalen Gangster Rappern oder Rappern dass ich noch nie abgezogen hab die heute immer korrekt bezahle red nicht so eine also Strippenzieher ja Fitnermacher weiß ich nicht Bro ich hab das ja jetzt nicht angefangen du hast das angefangen du hast aus dem nichts einfach jetzt über mich geredet schlecht abfällig und jetzt auch über Mois also du bist hier der Fitnermacher erstens zweitens jetzt möchte ich mal was sagen kann natürlich sein dass die mich so ein bisschen outplayed haben so wie sagt man der Malik hat mir mal gesagt er redet mit ihm aber du weißt ja wie Matthias ist er ist nicht zufrieden es gibt kein Geld es gibt so es gibt so er sagt jetzt er hätte ihm das gesagt man keine Ahnung am Ende wurde ich vielleicht outplayed Matthias ich hoffe nicht dass du die Hälfte ihm gegeben hast weil ich habe nichts bekommen bei Gott also für diesen Job damit das klar ist für alle anderen Jobs habe ich Geld bekommen und war auch immer alles super ich habe ja nie was anderes gesagt Matthias du musst mir zuhören du bist auf Crack Bro die ganzen Beschimpfungen die du losgelassen hast dafür wirst du bezahlen aber damit das klar ist ich habe nie schlecht über dich geredet sogar immer gut und alle Jobs sind super gelaufen der letzte Job du sagst der gib ihm die Hälfte wir haben Angst vor ihm der ist Fitnermacher der redet schlecht über uns habe ich denn bis heute das gemacht nein es ist 2018 2019 gewesen ich weiß gar nicht mehr stimmt stimmt eigentlich voll guter Punkt wenn das also wirklich so wäre dass Ruth Fitna macht wenn er sein Geld nicht bekommt warum hat er warum hat er dann keine gemacht bis jetzt macht ja gar keinen Sinn dann die Aussage selbst wenn er die Hälfte bekommen hat dann fehlt ja noch die Hälfte also wie wenn wir abmachen ich kriege 10.000 Euro von mir du gibst mir 5 als ob ich dann zufrieden bin es muss so ein Fußball-Event gewesen sein WM-EM guck mal mein Freund das ist Jahre her ich habe nicht ein Wort darüber verloren ich habe nur mit Malik darüber gesprochen also kann ich ja das nicht sein was du sagst dieses Crack Plus 2018 WM ganz genau 2018 Sommer guck mal wie viele Jahre das ist bei Gott jeder weiß ich gebe dir deine 7 Euro ich habe nie darüber geredet bis heute nicht ja Dr. Van Doom schreibt guck mal ich blog dich aber trotzdem weil du Fittner nachher bist aber der schreibt traurig dass du dich so durch einen Nebensatz triggern lässt mach dich nicht besser als ihn ja aber das ist vielleicht für dich so Bro aber für mich ist das schon wichtig dass ob es ein Nebensatz ist oder ein Hauptsatz oder auch zwei Sätze äh und bei der Rest der vielen Sachen die er hä also sorry ich finde das scheißegal Nebensatz Hauptsatz Wort völlig egal ist doch dein Recht zu reagieren als zum Beispiel letztes Jahr Schindi diesen diesen Districk in erster Linie gegen Kolle gemacht hat und da die und da ganz am Anfang eine Line gegen mich war darf ich da nicht darauf reagieren oder was wer gesagt hat habe ich ihm ja auch zugestimmt muss man ja auch sagen aber es ist halt so wenn einer in einem la 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 und Ru ist voll der Hund so la 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 hör voll den Nebensatz regst dich da voll drüber auf oder das ist einfach genau gleich wie das Beispiel was ich gerade gemacht habe versucht meinen Ruf zu schädigen er beleidigt mich hardcore versucht meinen Ruf zu schädigen in so eine Moise-Geschichte mich reinzuziehen ja Bruder ich habe nicht angefangen Matthias du kennst mich vielleicht nicht gut aber ich werde es beenden vielleicht ruf doch jetzt schon mal jeden an den du kennst ich weiß ja wie du drauf bist jetzt bist du ja auf Speed gerade jeden am anrufen auf Speed Dial of Nose ruf jeden an den du kennst Matthias du weißt das lass ich nicht auf mir sitzen du weißt das ganz genau ruf jetzt schon mal jeden an der jeden kennt der mich kennt und versuch das zu regeln okay aber sag denen was du über mich gesagt hast sag denen was du gesagt hast weil du weißt Brüdi nimm nicht so viel diese ach weißt was du mal zu Farid gesagt hast du hast mal zu dem gesagt womit Flair Beef war und die sich versöhnt haben ah Matthias possier ich jetzt bald ich sag Flair soll für den Werbung machen dann ist dir Matthias possiert guck mal du Gartenzwerg hab ich nie gesagt ich hab wahrscheinlich schon versucht für Flair einen Job zu klären bei ZEG aber possieren ist nicht das Wort was ich benutze wer auch immer dir das gesagt hat also er sagt jetzt Farid hätte ihm das gesagt so kann ich ja Farid gleich ja lustig eigentlich was er hat er hat doch Ruth vorgeworfen dass er Fitna macht jetzt jetzt ist das ist schon die zweite Äußerung zuerst hat er äh diese diese ungeklärte Angelegenheit mit einer offenstehenden Bezahlung auf den ehemaligen äh Mitarbeiter geschoben auf diesen Malik und jetzt äh äh macht er Fitna zwischen Ruth und Farid weil er sagt ja Farid hat erzählt du hast so und so gesagt er selber macht doch Fitna Fitna ist doch Zwie Trachtstriften krass alter er versucht Fitna zu machen zwischen mir und äh und äh Farid naja hab ich nicht gesagt ist egal Matthias du hast zu viel in der Nase gebohrt ich habe es nicht gesagt aber ich habe glaube ich schon versucht dich und Flair zusammenzubringen wegen Deal wegen Job einfach weil äh das darf ich vergessen zu sagen mein Deal mit Malik war übrigens nur dass ihr nicht denkt ich sollte irgendwie 18.000 kriegen für Posterei so ein Reach hatte ich gar nicht Teil meines Deals was auch oft Teil meines Deals ist weil ich das gut kann ist vernetzen das heißt ähm also das heißt dass ich ähm die zum Beispiel mit Stars vernetze ich habe sogar mal versucht die mit Felix Lobrecht zu bringen zusammenzubringen und mit Flair und so das Teil meines Deals ist einfach neue Leute ranzuholen auch die dann Werbung machen können weil ich kann das gut ich habe ein gutes Netzwerk deswegen also naja possieren habe ich natürlich nicht gesagt ist ja klar in der Welt wo ich groß geworden bin du denkst weil du aus Essen kommst bist du auch ein Tamm Gangster nein bist du aus Essen sonst gar nichts und possieren du weil ich aus Essen komme denke ich ich bin Tamm Gangster ich habe das Gefühl er guckt ziemlich viel in meinen Videos und versteht vieles was ich aus Spaß sage nimmt er zu ernst Matthias tu nicht so als ob du der Miese mit Eier bist dafür muss die Welt noch neu erfunden werden dafür musst du aber noch dreimal Essen groß werden um mich zu possieren auch wenn ich nicht aus Essen komme so er hält schon sehr viel von sich er hält schon sehr viel von sich als ob ich Stadtfilme gemacht hätte oder mit dem diskutierst du Matthias du diskutierst mit dir selber ich habe so eine Scheiße nie gesagt weißt man du kotzt mich richtig an jetzt muss ich was liegen was war immer zu mir gesagt aber ich schwöre du kotzt mich an bloß ich rede über äh Mois ich sag einen Satz über dich nicht über deinen Schlimmen außer dass du meine freche E-Mail geschrieben hast und ich stellst dir in einen neuen Reporter proche und du platzt hier auf mich ich platz bald auf dich und gebe dich auf den Sack oder wenn irgendjemand aus deinen Reihen von deinen Leuten jetzt irgendwas sagt ich schwöre schließlich jeden von euch ich juckt mich nicht absolut keiner als ob wir jetzt Angst vor dir haben als ob es irgendjemanden juckt wenn du was sagst wer bist du denn hä was denkt der denn ey dicker das ist was haben wir für eine Profilneurose was haben wir so eine haben wir so eine Generation von Midlife-Crisis erlebenden Menschen die außerhalb der Öffentlichkeit eigentlich irgendwie ihr Business gemacht haben aber eigentlich sich dort hingezogen fühlen das ist ja unglaublich alter voll krass alter unglaublich von meinen Reihen oder von meinen Leuten wird irgendwie was sagen macht dir keine Sorgen Zeck Crack plus Zeck Schmutz doch ich sag schon was ich reagiere halt einfach drauf das mach ich selber mach dir gar keine Sorgen Crack Crack Schmutz mach dir keine Sorgen wir beide wissen wie das enden wird du wirst irgendwelche Halbleute die du kennst anrufen die werden irgendwelche Leute die ich kenne anrufen und dann kann man reden nein kann man nicht aber jetzt legst mich hin weil ich bin krank es war voll dumm aus Rastner Rus du bist eine ein Dieb und ein Fitnamacher und das war es schon immer und das weiß die ganze Rap-Szene und sonst gar nichts das hat gerade so ein bisschen militante veganerin Vibes gehabt pot 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 kennt ihr diesen Jungen von diesem Spiegel TV oder was das war pot 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 klitzekliere pot der ist relativ schön ey Bruder unglaublich wie alt ist der? dieser der Matthias Klebendt wie alt ist der? weißt du was du bist Rus du bist eine Mogelpackung getarnt in einem Studentenkostüm du bist ich verstehe das nicht ey der Typ der Werbung macht bei Holocaust Leugnern erzählt mir was von Dieb okay so ein richtiger Straßenprozessierer Gauner Gangster aber nicht von den korrekten Gangstern also ich bin Straßenprozessierer Gauner Gangster aber ich soll mir nicht einen einbilden aber er will ja gerade sagen aber nicht von den korrekten weil er unterscheidet Straßengangster und Gauner sind korrekt wahrscheinlich wenn er sie mag aber wenn er sie nicht mag dann sind sie link und hinterlistig ah ok ein korrekter Student Gauner und Jutebeutelträger dass ich aus Essen komme ich bin eigentlich immer zu kuliert bezahle aber meine Studentengebühren nicht aber nicht von den coolen Gangstern die coolen Gangster warum schickst du mir lachen ja nimmst du den Matthias nicht ernst so von den dreckigen kleinen räudigen weißt du was ich meine so die beim Bubble Coke sogar die Hälfte nur verkaufen so einer bist du wie kommt der jetzt auf Koks alter nicht schlecht aber beim Bubble Coke ey Bruder was der war gut du bist peinlich einfach Bruder du bist einfach nur peinlich peinlich du bist getarnt als Student so deine Optik ist Student dein Mindset ist abzocken um Ecke so was soll das denn heißen deine Optik ist Student also wenn wenn er wenn er irgend so ein Klischeebild von einem Studenten meint dann muss er irgendwas meinen was so exklusiv an Studenten gekoppelt ist was ist denn da bei Ruth typisch Student was redet der weil Ruth sich besser als als er ausdrücken kann wahrscheinlich dein Mindset ist Bahnhof stehen und Mädchen das Geld aus der Tasche ziehen das ist dein Mindset nur du siehst aus wie ein Schlimm das ist dein Glück red nie Mädchen Mädchen du wolltest eigentlich was anderes sagen oder Matthias aber dein Gehirn hat jetzt das zweite Mal dich erwischt vorhin wolltest du sagen du bist ja aber du hast so Probleme jetzt ja du willst am Hauptbahnhof Mädchen ihr abziehen was wolltest du eigentlich sagen hm keine Ahnung wir werden sehen das stimmt nicht das stimmt auch nicht das stimmt einfach nicht Bro das stimmt nicht das stand in der E-Mail von Toxic an dich das so sieht es aus Bro das weißt du nun hätte er 10.000 gesagt sag doch nein das ist doch ein Angebot du willst nicht ciao also was ist das Thema also verstehe nicht was das Thema ist bei Crack Plus ja er er hat das Thema aufgemacht nicht Ruth er hat in der öffentlichen Story solche interne erzählt das ist also ich meine man muss sich ja mal überlegen er eschofiert sich hier darüber dass Ruth sich dagegen verwehrt dass Ruth es sich verbittet dass eine vermeintliche interne öffentlich gemacht wird die eine aus Ruth's Sicht falsche Information beinhaltet ich weiß gar nicht was er jetzt hier erwartet muss man sich das einfach gefallen lassen nur weil er er ist oder was das ist ein absoluter Choleriker Alter ich höre bei Gott ein richtiges Aggressionsproblem du hast nur auf den Toxizien gemacht wir schieben das auf den deutschen Film sonst gar nichts du bist ein Politiker und du bist der größte Strippenzähler der Rap-Szene und du hast die meisten das stimmt der größte Strippenzähler das das nehme ich gerne an Bro wann checkst du endlich dass der größte Strippenzähler der Rap-Szene kein Diss ist check das mal mit deinem Whey-Protein rein ausgelöst bei Dings und guck mal mir schreiben schon so viele Leute ich will deine Scheiße gar nicht gucken weil du bist der letzte Idiot und Vollidiot du warst schon zu Hip-Hop der größte Fitnamacher so so Bushido hat nicht ganz Unrecht gehabt mit dem mit dem ich mache mit dem ich kenne du ah Bushido äh Dings Bushido Sekt plus Placement Incoming du warst auf Fitna programmiert das hast du hinter den Kulissen zugeben darüber haben wir gelacht alle das wissen alle soll keiner abstreiten so dass du auf Fitna aus warst und sehen dass du Twitch machst machst du nur Fitna so und deine 100 Videos gegen Bushido hat Bushido gef***t der Einzige der Bushido gef***t hat ist der Richter sonst niemand der Richter in Berlin beim Prozess hat Bushido gef***t wahrscheinlich auch zu Recht aber du du hast niemanden gef***t du bist einfach nur ein kleiner Hampelmann der auf seiner Schule die ganze Zeit ausbringt KuchenTV hat dich rasiert KuchenTV hat dich zerstört ok also ich denke mehr muss man nicht mehr sagen er biedert sich genau bei den Feinden von Ruth an Bushido KuchenTV Bro bitte also offensichtlicher geht's nicht er redet von kleinem Hampelmann und dann schlägt er sich auf KuchenTVs Seite er personifiziert äh äh genau alles das darstellt was er gerade bei Ruth kritisiert hat das ist ja richtig lächerlich Bruder unglaublicher Typ Alter ja also eigentlich äh interessant dass der sagt der guckt die Sachen nicht der hat keinen Bock meine Scheiße zu gucken aber den juckt echt alles KuchenTV guckt der sogar kleine Randinformationen wollte ich eigentlich erst morgen sagen aber das Gerichtsverfahren mit KuchenTV um die ganze Twingo Thematik kam heute heute vom äh Richter die ähm Entscheidung ähm ja wir haben das Ding gewonnen aber ja ist egal alles gut ja mehr 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 dazu von mir in der nächsten Fake News Folge Folge Nummer 3 die am Donnerstag erscheint da steht ja dann auch ein gewisser Betrag offen tatsächlich haben wir das gewonnen nur so nebenbei da hätte Jason eigentlich die 10.000 jetzt gewonnen wir wollten es erst morgen releasen aber ja Jay macht eine Fake News darüber die haben übrigens echt noch viele ähm das ist echt erstaunlich was sie noch alles dem Richter erzählt haben und vorgelegt haben und dann eidesstattliche Werder alles noch eine Aussage gemacht hat Anwalt Richter hat mich entschieden sozusagen so ist das ja Matthias let's go tausend Reacts YouTuber haben dich zerstört deine eigene Psyche schon so angeknackst dass wenn du nur einen Satz bekommst von mir der nicht mal so negativ gemeint war du dir auf mich platzt aber jetzt platze ich richtig auf dich nö der war gar nicht negativ gemeint der Satz der hat der hat Ruth einfach nur äh als äh als geldgeilen ähm als geldgeilen Geier dargestellt und hat auch noch nicht mal gestimmt nö nö war gar nicht so böse gemeint hey ähm Dingsbums ähm Matthias du bist schon so schon ziemlich geldgeil ne aber ist nicht böse gemeint das ist so ein bisschen der so hey no front und dann kommt ein Front du geh schlafen du keine Ahnung rauch den Joy komm runter komm klar auf dein Leben du rauch guck mal du Affe ich guck deinen Stream gar nicht ich schwöre auf ein Minus Grab hier du weißt der Minus wie wichtig der mir war wichtiger als jeder Mensch der im Leben wichtig war ach so also ja also das ist jetzt so richtig das ist so das das ist so das geistige Niveau von einem von einem 15-Jährigen ach so jetzt ist also also ihm ist sein Hund wichtiger gewesen als Ruth jeder Mensch im Leben gewesen ist woher will Matthias Clemens das wissen also will Matthias Clemens damit also dann auch sagen dass Ruth seine eigene Mutter zum Beispiel nicht so wichtig ist wie Matthias Clemens sein Hund ey bei aller Liebe für Hunde die vor allem auch äh die 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 Hundehalter auf dieser Welt haben respektiere ich voll ich kenne viele die eine wirklich unendliche Liebe für ihre Tiere haben aber diese also du kategorisierst jetzt deine Liebe über der gegenüber allem was Ruth hat krass ob ihm eigentlich klar ist was das für eine Beleidigung ist ich gucke deinen Stream gar nicht ich lese es aus den Kommentaren der Leute die mir schreiben als ob ich deinen Stream gucke nochmal du bist auf Twitch ein Hampelmann du hast auch noch niemanden zerstört auch nicht Bushido hast du nicht hast du nicht ey bro mein Gott ja hab ich nicht okay ja genau richtig die Reaktion äh Matthias wir haben das jetzt geklärt ich hab Bushido nicht zerstört kann ich bitte mein Geld kriegen von dir von 2018 sag jetzt nicht ist verehrt das ist gemein das Gericht hat Bushido zerstört so du nicht du bist einfach nur eine Marionette von jeder Alter jetzt stell dir mal vor ne äh das ist ein guter Punkt äh Basti ey stell dir mal vor also jemand jemand ist gerade kurz davor irgendwie der hat vielleicht so eine E-Mail von SecPlus bekommen und überlegt sich die haben ihm angeboten ihn zu sponsern hey äh hi hier ist äh Jochen von SecPlus wir wir wollen gerne mit dir zusammenarbeiten hast du vielleicht Interesse und dann während du dir das überlegst siehst du dann siehst du dann diesen Livestream ich weiß nicht wie viel Bock hat man dann noch irgendwie in so Verhandlungsgespräche zu gehen und wie viel Paranoia hat man dann wenn irgendwas schief gehen sollte ist jetzt nicht gerade gute Publicity alter krass ey alle die mit dir abhängen hängen mit dir ab weil die wissen du machst gut Wittner und hintenrum machst du links rechts tralala so weil ich meine so ja der Fahrrad hängt nur mit mir ab weil er weiß ich mach links rechts tralala ich sag dir ehrlich ich glaub das ich hab die Befürchtung dass auch Ilja mit mir nur abhängt weil er weiß ich mach links rechts tralala ja ich auch ey Würde du bist voll die Drahtstante ey komm klar nerv mich nicht dass du denkst dass du Pate geworden bist oder irgendwas das ist ein Story willst du mich verarschen oder was aber diesen Paten hat doch erst dein KuchenTV aus ihm gemacht mit Twizy zusammen äh Twingo sorry guck mein Stream nicht halt deine dreckige Fresse und rede nicht so viel äh ok ok guck mal nochmal auf meine Mutter auf meinen Vater ich gucke deinen Stream nicht er juckt mich nicht du bist mir zu unwichtig ok auf meine Mutter meinen Vater ich werde das hier nicht löschen so ok dann guckst du es er macht gerade so 20 Minuten Story aber er ist ihm nicht wichtig nein er ist nicht wichtig halt nicht mein Gott ich hab halt gedacht weil du alles weißt auf alles eingehst jedes Detail irgendwie zu wissen scheint dachte ich du guckst den Stream gerade aber in Ordnung ok verstehst du ich meine so und du hast angefangen wenn du den Ball wirfst wie du frech ich hab angefangen Matthias aber bist du Astronaut bei der NASA zufällig ich ich frage dich nur bist du Astronaut bei der NASA hast du das NAS Album zuletzt gehört Matthias bist du dumm ich hab angefangen Bro Alter gibst du dir Rosen auf TikTok mit Zweithandy ey du bist anders dumm ja bist du Snowboard bist du am Snowboard Bruder warst du im Skiurlaub hast du diesen Forrest Gump IQ was ist los mit dir Brä geh doch mal zurück in die Timeline und guck nochmal bitte wer zuerst angefangen hat und komm mir nicht mit es war doch nur ein Nebensatz ja aber wenn du was sagst dann kannst du ja nicht bestimmen wie ich das aufnehme du hast mich beleidigt ich empfinde das als Beleidigung und ich hab was zurückgesagt aber ich hab dich nicht beleidigt ich hab die Sachen klargestellt vielleicht hat dir der Ton nicht gefallen das verstehe ich aber kleinwüchsig behindert Du machst mich dies das hast du alles gesagt Matthias und da kommst du auch nicht mehr raus du weißt ja wie das läuft ja was denn jetzt guckst du seine Streams oder guckst du sie nicht ich komm nicht mehr mit ja ich weiß auch nicht High Class ich schwöre ganz ehrlich das ist ja nicht mehr normal der wirkt ja echt völlig völlig neben der Schwur also der guckt nix schwört auf Mutter und Vater warte mal ist das eine Story ist das eine Story aber verjunkte Streams hast du geguckt Bruder Bruder ich sag dir eine Sache Bruder die Nase die du viel gezogen hast mit Mäus und sag nicht das stimmt nicht Alter du bist am Ende Bro du bist das zu viel ich weiß nicht eine Sache und sag nicht das stimmt nicht Matthias eine Sache warum Malik und auch viele andere weggegangen sind und ich hab mit Malik damals viel darüber geredet und das Interview was du mit mir gemacht hast auch an diesem besagten Event war auch das letzte Interview weil alle waren der Meinung ey du bist ein geiler Typ hast viel Power gemacht du hast eine Marke aus dem Boden gestampft super aber langsam wirst du ein Problem für die Marke und du solltest dich lieber zumindest Öffentlichkeit mal zurückhalten und du hast selber auch das eingesehen das ist das Problem wie du siehst du fickst die Marke so weißt du Bro it's a hell of a drug das hab ich geguckt ja aber jetzt gerade ich gucke nicht ich gucke hier guck mal ich gucke deinen stream gegen mich nicht mit Handy ich gucke dir noch nicht nachträglich und das zeigt mir wie tam dumm du bist jeder weiß dass ich streamse wo ich erwähnt werde nicht disse weil ich dafür keine Beherrschung habe ich lasse die immer gucken so das heißt also ich lasse mir von Followern berichten was du sagst und deine Follower sind dann natürlich sehr neutral und berichten dir dann regt man sich ja natürlich nicht also erstens dis und zweitens ich weiß nicht vielleicht sollte man sich Gedanken machen wenn man in dem Alter und auch mit der Verantwortung die man trägt wenn man in dem Alter nicht in der Lage ist etwas anzuschauen ohne so einen cholerischen Meltdown zu bekommen dann sollte man sich vielleicht Gedanken machen dann sollte man vielleicht in psychiatrische Behandlung sich begeben Anti-Aggressionstraining machen oder sonst irgendwas das ist ja kein normales Verhalten von einem Erwachsenen vielleicht so ein pubertärender 15-Jähriger ich war so als Kind so du hast so was weiß ich Monopoly verloren oder Mensch ärgert nicht und dann schmeißt du so das Brett um dann ist vielleicht aber selbst dann ist das Verhalten schon auffällig aber als erwachsener Mensch etwas nicht angucken zu können weil du sonst keine Ahnung was machst das ist ja nicht mehr normal vielleicht solltest du dir darüber Gedanken machen weil stell dir vor du kommst irgendwie dann in irgendeine andere Situation wo es dann dein Geschäft betrifft ich meine das betrifft ja im Prinzip auch dein Geschäft weil du firmierst ja hier auch mit deinem Firmenlogo mit dem Namen und sowas also das ist schon echt in Sachen Reife und vorausschauende Art und Weise echt kein gutes Omen bei mir ist zum Beispiel ich lass das nicht vom Followern gucken Alter da wird ja richtig Fitner gemacht ich lass nur von meinen Mods das gucken die dann auch manchmal sagen Schwamm drüber Gott sei Dank der Pate der Diener hat die bei Twitch für ihn gucken die die Follower haben mir berichtet eure Heiligkeit hat gegenüber meiner Wenigkeit etwas emporgeredet die Follower mögen zu Tisch kommen mögen die Follower vortragen was gesagt wurde über eure Heiligkeit mögen die Follower einen Cheeseburger haben für ihre Arbeit das müsst sogar du wissen der schon mit mir Videos getreten hat aber du bist einfach zu dumm du bist einfach zu dumm deswegen hast du auch gegen alle Reaktionen YouTuber verloren du hast jeden Beef den du ja ja es ist klar Roos hat gegen jeden gegen jeden YouTuber verloren das weiß ja jeder und Roos ist auch dumm ganz klar Roos ist dumm es ist nicht etwa es ist nicht etwa dumm den 100% Fintanil Talk Podcast zu sponsern oder sich Sachen nicht angucken zu können weil man sonst einen cholerischen Anfall bekommt Roos ist dumm ist klar das weiß jeder Roos ist bekannt für Dummheit und dann hat es verloren so du hast keinen gewonnen und nochmal wie gesagt gewonnen welche YouTuber Beef Behörde ist eigentlich zuständig um Siege oder Niederlagen bei YouTuber Beefs zu entscheiden wo genau wird dann das Zertifikat ausgestellt was dir dein Sieg zertifiziert oder verifiziert oder mikroverifiziert bei dem Prozessausgang Bruder der Meinung dass der Prozess richtig ausgegangen ist aber darauf hattest du kein Einwirken hattest du nicht ich weiß gar nicht worum es geht er erzählt mir jetzt was von der Prozessausgang von Bushido und so egal Bro also ob ich irgendwie mein Gott Alter Digga wo bist du jetzt vom Thema her gleich sagt er zu mir dass ich mit den Ikea Schränken nichts zu tun habe weil ich nur weil ich eingekommen stimmt auch guter Punkt Frixly Roos ist richtig dumm aber gleichzeitig ist er der größte Strippenzieher im Hintergrund weiß ja auch jeder zum Strippenziehen muss man nicht schlau sein jeder Dummkopf kann Strippen ziehen ist ja ist ja ist ja längst bekannt weiß ja jeder die größten Dummköpfe sind Strippen ziehen gekauft haben soll ich nicht denken ich hätte einen Ikea Schrank gebaut Bro wo bist du Alter wo bist du gerade was soll ich runterfahren ich höre es nicht ein Versager ein gar nichts du hängst mit Millionären ab und das macht dich krank so du hast jetzt seit zehn Jahren aber du hast nichts auf die Kette bekommen weil du ein Schnorrer bist du musst Millionäre interviewen und bist auf die neidig so jetzt du bist wahrscheinlich auch neidig auf mich obwohl ich nicht mal Millionär bin was du aber gar nicht verstehst in deinem Kopf weil du damals die Kette mit dem Haarwachs auch nicht verstanden hast und jetzt geh bitte nicht mehr auf den Piss ich schwöre bei Gott du bist ich schwöre bei Gott ich habe den Faden verloren ich verstehe gar nichts ich rede so undeutlich ich hänge mit Millionären ab deswegen bin ich jetzt neidisch auf die klar du bist auch neidisch auf mich aber ich bin nicht was du aber nicht verstehst ist das Zeck Minus ich dachte er wäre Zeck Plus oder diese Crack Plus lass mich bloß in Ruhe boah Alter ich hab ich hab dir empfohlen die Story zu löschen bis ich da bin einfach damit kein Fitness weil jetzt ist natürlich der Ofen auf Bro Matthias du weißt doch wie es Leute ich verstehe dich du bist so lange im Geschäft du bist so lange im Geschäft was ist das was ist das für ne Nase die du da schiebst ich hier Alter mein Gott Alter haben dich gef***t und du alle guck mal Kuchen hat mich gef***t deine Follower alle Reaction YouTuber ok Belash hat mich auch gef***t der Richter hat aber Bushido gef***t ich hab niemanden ich bin nicht aus Essen bla bla ok jetzt gib mir mein Geld wo ist mein Geld von 2018 Matthias mein lieber wo ist mein Geld hast Bushido 0,0 ge Bruder du wiederholst ich das hast du jetzt schon ein paar mal gesagt J lauf mich nicht an wo ist mein Geld 100 mal erfolgreich als ich das weiß doch jeder Mann ich bin nicht Millionär 20 vergleich mich doch nicht J lauf mich doch nicht an von der Seite jetzt hier ist der Richter nein noch mal weil der hat entschieden und das glauben die Deutschen das glauben die Zuschauer so und das glauben die Deutschen wie der immer die ganze Zeit Deutsch Kanaka Strahle warum machst du das ja was hat Richter mit Deutsch zu tun das glauben die Deutschen ich weiß nur die Deutschen glauben das weil er vom Reifegrad halt wie so ein Jugendhaus Gänger redet kein Ex glauben dem Richter nicht ich weiß nicht was mit dem los ist aber ich sage dir nur eine Sache Matthias Geh mir nicht am Dach Ich sage sogar ehrlich ohne bei irgendeinen zu blasen der zu Recht entschieden ich glaube auch nicht so aber ich mache auch okay in Ordnung sind wir einer in Ordnung verstehe ich das ist deine Meinung hättest du das einfach so gesagt es soll kommen fein damit bin ich fein damit okay ich bin kindisch dass ich 50 Videos gegen Bushido mache das ist eine Kritik die ich annehmen kann das ist ja völlig fein bin ich völlig fein bist du auch nicht der Erste habe auch schon mal darüber nachgedacht okay kann ich mit leben das ist total kindisch du hast einfach deine Rachsucht ne die Rachsucht stimmt aber bisschen mehr als wegen Interviews du weißt es eigentlich wenn du dich mal umgehört hat ich gebe dir auch Videos dazu ich lasse mich nicht unterdrücken mich beleidigen mich fertig machen das war vor allem es ist doch völlig also es ist doch völlig strukturlos also mittlerweile es ist das ich liebe es einfach das was der Matthias da macht ist ein Trick und zwar welcher Trick Trick Nummer drei dem Ad hominem Argument ganz genau er geht einfach von allen Ecken und Seiten auf die Person ruht du bist du bist du bist dumm du bist ein dieb du bist hinterlässtig du lügst du dies du das weil man jetzt einfach die Person an sich attackieren will von allen Seiten um sie los zu werden weil man hat halt eben also die Wahrheit ist halt einfach dieser Matthias ist halt sehr von sich überzeugt das hört man ja gleich ganz am Anfang von seinen Storys er ist sehr von sich überzeugt hör mal zu ich mache hier mal kurz diese Mäussache mache ich hier kurz mal ich kann ihn ja nicht nachmachen ich mache mal kurz die Mäussache hier in drei Minuten zu so hat er ja seine Story angefangen das ist ja was er von sich selber hält er hält sich einfach für für unfassbar erhaben er ist so Typ er ist so der Einzige hat er auch am Anfang gesagt er ist so der Einzige der in Livestreams Leute zerstört hat er ja von sich selber gesagt ist er halt aber nicht offensichtlich er ist einfach nicht so schlau wie er denkt das ist typische Stunning-Kruger-Syndrom er schätzt sein dann den Kruger-Effekt er schätzt seine eigene Kompetenz in bestimmten Bereichen völlig falsch ein er hält sich für intellektuell und rhetorisch viel zu krass und da er es nicht ist passiert ihm dann halt sowas dass er halt dann in dieser Story einfach so unbedacht über Ruth redet und ich glaube ihm sogar vielleicht hat er wirklich in dem Moment gar keine böse Absicht gehabt insofern als er wollte eigentlich gar kein Ding mit Ruth aufmachen aber er war so überheblich dass er dachte ja ja ich kann da so Freestyle ich bring da Ruth einfach als Beispiel ja bla ich bin ja eh so schlau ich check das eh das wird nicht so und so rüberkommen kam es dann halt eben doch hat Ruth dann doch genau in dem Moment weil er gerade live war drauf reagiert und hat das ganz klar von sich gewiesen gesagt hä ne das stimmt nicht so und so und so und so das ist das ist äh äh das ist respektlos bla bla und als er das zurückbekommt dann ist er völlig paralysiert so wie so wie jemand der so voll krass so Schattenboxen in seinen Videos macht und babababa babababa und dann kriegt er eine echt und dann ist er plötzlich so perplex so wie Mike Tyson damals gesagt hat jeder hat einen Plan bis er einen auf die Schnauze bekommt und hier ist es halt rhetorisch er hat krasse Jabs gemacht, ich bin der, der in Streams zerstört und ich mach mal kurz die Kiste hier mit Mois zu und plötzlich kommt von Twitch Urus rüber und gibt ihm kurz eine zurück und dann ist er perplex und dann hat er keine richtigen Argumente mehr sondern geht einfach Atominem mehr braucht man dazu eigentlich nicht sagen, hat sich komplett selber exposed maximal hektisch du bist auch nicht für Gerechtigkeit so, du hast einfach ein persönliches Problem Bushido gehabt und hast diesen Prozess einfach genutzt für Clickbait, sonst gar nichts ja ok, stimmt kann man vielleicht so sagen, ja du bist einfach nur Klicks machen so, du bist auch nicht auf der Seite von der Gerechtigkeit so, du bist einfach auf der Seite von Klicks so und Gerechtigkeit hat nur der Richter gesprochen und du hast tausendmal gesagt du wirst Bushido gef... Bruder lassen wir den Prozess beiseite, wo ist Bushido, wo bist du ja, stimmt aber Matthias wo ist Bushido, wo ich bin, wo bin ich ja, das stimmt und wo bist du Matthias, wo bist du wo bist du ey, der Abo schreibt, der denkt, der hat jetzt voll die Geheimnisse gelüftet ja, ich weiß gar nicht Bruder, Bushido hat ausverkauft die Tour morgen 10.000, 12.000 Leute ich bin auf Coach guck Dings Ronin auf Disney Plus es ist so, Bro das ist so, es stimmt es stimmt was willst du aber jetzt von mir Bushido sitzt in Dubai hat Millionen gemacht sogar danach noch obwohl er gef... wurde tatsächlich obwohl er im Boden lag du sitzt immer noch in deinem gammeligen Twitch-Raum gehst allen auf den Sack ey Bro, gammelig ist das nicht ey, boah was so geil ey, was für gammelig nee, ist echt nicht gammelig ist richtig geil ey, ich glaube jeder der schon mal eine Insta-Story von Ruth gesehen hat weiß, dass es ja mehr ist dieser Raum ist ja nur Ruth sein Streaming-Raum dieses ganze dieses ganze Office ist echt krass muss ich echt sagen ist echt sehr schön und geschmackvoll eingerichtet und ich bin ja echt einiges gewohnt weil mein Bruder Kosta hat ja auch voll den geilen Geschmack was Inneneinrichtungen betrifft deswegen sehen unsere Räumlichkeiten ja auch geil aus das heißt ich bin schon in höheren Standard gewohnt und Ruth sein Office ist tam nice also richtig nice gefällt mir sehr schön auch die Räume die ihr gar nicht seht in Insta in den Insta-Stories von Ruth aber das ist ja es ist also man muss ehrlich sagen wenn man einfach mal so ganz rational bleibt ich bin ja ich bin ja hier gar nicht selber involviert ich beobachte es einfach von außen er geht einfach ad hominem er er hat einfach diese also eigentlich ist es sogar genau andersrum lustigerweise als Matthias Clemens sagt eigentlich ist es eher ein paar Nebensätze von Ruth gewesen die ihn zum Ausrasten gebracht haben Ruth hat im Prinzip nichts anderes gemacht als das wofür Reaction Streams auf Twitch halt da sind man reagiert auf tagesaktuelle Themen erst recht wenn sie einen selber betreffen und wenn du halt einfach eine öffentliche Insta-Story auf deinem Instagram-Profil mit blauen Haken machst wo du halt eben über Ruth redest und auch noch eine interne ausplappers also quasi äh 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 etwas vertrauliches ausplappers und dann derjenige den du dort erwähnst dann halt einfach ganz normal wie das halt eben so abläuft darauf reagiert dann dann ist das eigentlich Kategorie Nebensatz und du bist wegen diesem Nebensatz so geplatzt also diese ganze Eskalationsstufe ist nur deine eigene Schuld Das stimmt nicht Das stimmt nicht Das habe ich mir irgendwie habe ich mir das gedacht Warum habe ich mir gedacht dass er Kuchen gut findet irgendwie Ich meine gut das bedeutet nichts ne er fand mich auch schon mal cool na aber irgendwie habe ich da das Gefühl gehabt als er gesagt hat nur ja ja es kommt zusammen was zusammenpasst Er hat so eine Aura irgendwie Das ist so wenn man ein Kochbuch machen würde die Mein Mamm Ja also Bro wie gesagt wer den 100% Fentanyl Talk Podcast sponsert ja was soll man dazu doch sagen Falls mäßig gesehen Buchen die Folge du wurdest von Steak glaube ich schon welche Reaction von Steak 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 Wie kommt der auf Steak Wer hat dich nicht gef***t Wer hat dich nicht gef***t Jetzt kommst du zu mir und sagst dir was löschen oder ich soll aufhören Also ich glaube also ich mir fällt auf Anhieb eine Person ein die Groose glaube ich nicht f***t wird Matthias Clemens also ich glaube der wird ihn zumindest nicht f***t Du hast doch angefangen du hast doch den schlafenden Löwen geweckt du Penner der schlafende Löwen und nochmal du hast noch niemanden der Arme oh Gott ich will sterben Alter der schlafende Löwe ey Bruder wirklich bei Gott wir sind alle erwachsene Männer es ist so peinlich du bist echt zu alt um dich selber als den schlafenden Löwen Bruder lass doch andere so über dich reden das ist so unangenehm das ist richtig peinlich das ist richtig peinlich du hast den schlafenden Löwen ey wenn ihr mal darüber nachdenkt Beef mit mir zu haben dann denkt zweimal drüber nach denn niemand weckt den schlafenden Titanen das ist so peinlich Alter ja dann mein Bro Matthias dann wenn alle mich gef***t haben alle und nicht den schlafenden Löwen ja ne Löwe wärs ja dann du ne äh dann werden wir lass uns doch schauen zwischen uns beide wer wen f***t dann können wir beide ja das dann wann auch immer dann rückblickend sagen ah Roos alle haben dich gef***t auch Matthias Löwe oder halt äh Roos der erste den du je gef***t hast war Matthias kann ja sein dann lass uns das doch äh sehen na lass uns das sehen 30 Storys in 2 Minuten tiii noch niemanden noch gar keinen so ja ok der holt dich doch nicht so oft sag doch mal jetzt was ich weiß nicht ob du jemals eine Frau gef***t hast würde mich wundern auf jeden Fall wenn du das schon gemacht hättest ich hab schon mal eine Fibu mit einer gesehen im Zimmer aber wahrscheinlich habt ihr einfach nur einen Kaffee getrunken so hau rein das ist richtig also das ist wirklich das Niveau von einem 15-jährigen im Jugendhaus der bei irgendwas erwischt wurde und dann nicht weiß wie er reagieren soll Trick Nummer 3 dem Ad hominem Argument 100% das stimmt aber ein Fibu schein geklärt tatsächlich hat ey dass der sich daran erinnern kann ich kann mich daran erinnern weil so ein sehr hübsche Frau war der Wichser droppt auch noch sowas so dann postet er irgendwas entfernt wegen Angriffe Beleidigungen auf das TikTok und unten steht Löwe also Bro ich hoffe nicht dass er jetzt versucht mir sowas in die Schuze zu schreiben weil das TikTok Bro da kann man gar nichts beleidigen beleidigen diesmal also bitte guck mal Gartenzwerg ich mach jetzt live Reaction auf die Kommentare die ich bekomme du sagst dein Geld was ich der Schulde kriegst du auch dann gib mir 9000 Euro zurück du Affe du kleiner Affe nochmal die abgemachte Summe deinen eigenen Worte ich bin ein Hohensohn ich schwöre du bist geistig ey ey Leute eigentlich muss ich aufhören hier das ist echt aber man kann sowas nicht machen das ist echt eine Demontage eine Selbstdemontage der legt sich auf Bauch ich hoffe du hast kein Steifen der legt sich auf Blech auf Bauch er macht den so auf Reaction auf Kommentare also Bro du guckst nicht was ich sage gehst nur auf Kommentare ist doch bescheuert ja richtig bescheuert ich kapier's nicht aber okay erschieß mich neben Aminus Krabb in Schlüge ich erschieß mich selber neben Aminus Krabb in Schlüge du hast selber gesagt ich hab meine Leistung nicht erbracht aber Malik auch nicht du wolltest diesen Film machen nee ja das stimmt so ungefähr stimmt das es gab ein Gespräch zwischen uns dass ich gesagt habe ja ich weiß ich hab nicht so viel gepostet wie du wolltest oder wie ihr euch gewünscht habt es hat aber auch sich einfach nicht so geil ergeben ich weiß gar nicht mehr warum es hat glaube ich damit zu tun dass die deutsche Mannschaft nicht so weit gekommen war aber ich erinnere mich nicht mehr auf jeden Fall habe ich gesagt ja aber dafür habe ich dann zum Beispiel Flair rangeholt das rein also ich hab versucht du weißt doch ich hab versucht zu verhandeln dass irgendwie dem sozusagen dem Arbeitgeber hier in dem Moment also Arbeitgeber aber ihr wisst schon mit dem Job haben wir den zufriedenzustellen und was ich meinte mit Malik ich glaube es ging darum ein Teil meiner Aufgabe war wenn ich mich recht erinnere wenn Leute bei mir Interviews machen dass ich denen ZEK Produkte gebe und sage hey nimm noch ein bisschen mit das habe ich auch mit anderen Produkten schon gemacht das war gleich eine Idee von mir hey viele Rapper kommen zu mir gib mir einfach ein bisschen ZEK Lager hier dann gebe ich denen das immer und das war glaube ich Maliks Problem oder ich habe ihn nie erreicht die haben mir nie vernünftig geschickt so war ein Rapper bei mir konnte ich denen aber nichts geben und keine Selfies mit den Produkten machen so ein bisschen habe ich versucht zu erklären aber gut du hast damals gesagt Matthias darauf hast gesagt ja ich werde mit ihm reden wir werden das schon irgendwie dribbeln ja dann war es halt nie wieder für mich erreichbar so also muss man sagen du weißt schon Matthias TikTok sportlich Malik hat nichts gemacht du hast nichts gemacht Matthias gib mir Geld naja so stimmt das jetzt auch nicht hä das stimmt so nicht Bro wir haben ich habe dir gesagt was kann ich machen damit wir das damit ich den Job noch erhalten kann sollen wir weniger machen oder soll ich noch was machen ich gebe Gas sag mal was zwei neue Interviews Events das ich wollte einfach nicht dass der Job sozusagen also ich wollte einfach nicht dass das Budget verloren geht sozusagen und ja keine Ahnung ja mein Gott nur weil Malik nichts gemacht hat und nichts geschissen bekommen hat ja aber ich meine du sagst es ja dein Mitarbeiter also das ist nicht irgendein Mitarbeiter einer der Manager da schickt mir die Produkte nicht ich kann die nicht weitergeben also ich bin ja natürlich abhängig davon das ist ja klar was halt seit 2019 so war wir sind ja so rausgeflogen oder haben wir auf Streit und du nichts geschissen bekommen hast hast du trotzdem kein Geld verdient habe ich ja nicht ich habe das Geld nicht bekommen Bro nicht dass jetzt nachher rauskommt du hast dem Malik Geld gegeben und der hat es mir nicht gegeben ich hoffe nicht und dann hat Malik noch weil Malik ist auch ein Tamm-Politiker ein Schlauer ja ich hoffe nicht dass ich abgezogen wurde hier und du hast bin ich sauer auf dich gewesen die ganze Zeit aber naja ich habe es noch auf der Seite dir Geld gegeben weil er wusste du machst uns ich schwere bei Gott ich habe kein Geld bekommen also damit das klar ist Malik wenn du das siehst es wäre Zeit dass du dich meldest also dass du dich äußerst weil das ich habe kein Geld bekommen von dir das weißt du ganz genau sonst zeig Rechnung also ich habe niemals Geld bekommen von Malik für diesen Job nicht den wir hier reden ich habe das letzte Geld was ich von Malik jemals bekommen habe beziehungsweise von ZEK war für die FIBO-Geschichte für die WM-Geschichte gab es kein Geld 100 pro nicht ich habe mich mit Malik zwei oder drei Mal mit meinem Geschäftspartner André sogar Meetings gehabt mit dem wie wir es machen können dass wir das Geld kriegen können er hat sich mehrmals gesagt dass er sich einsetzen wird bei Matthias aber ihr kennt ja Matthias er will das nicht zahlen oder ja er war nicht zufrieden dies und ich habe immer gesagt ja was können wir machen dann gab es auch Vorschläge aber Geld habe ich nie bekommen für diesen Job habe ich kein Geld bekommen Bro Fittner heißt also du hast schon mehr Geld bekommen als der Zuschnitt also hätte ich gern mein Geld zurück bring mir mein Geld zurück statt noch mehr zu fordern wenn du über Hack redest du Affe ich habe Affe nee es Affe Matthias kriegst du zurück aber ich habe nie über Hack oder so eine Scheiße geredet du hast damit angefangen wie gesagt meinetwegen ist der Job verkackt gewesen von mir aus ich habe das auch nie gebracht aber trotzdem habe ich Leistung erbracht und ihr habt euch ihr habt mich geghostet einfach ihr seid einfach beide nicht mehr ans Telefon ich habe ja wie gesagt mit Malik ja jetzt schon mittlerweile wieder einen guten Job gemacht aber du redest immer mit Hack und mit Klar also im Chat schreibt einer bitte macht diesen Arm direkt damit einen Cut das ist Standard Clemens Verhalten er freut sich gerade zu Hause übertrieben direkt so Promo zu machen über deinen Namen ich weiß nicht ob das so gut ist wie ihn L.H.O.S. hat was geschaffen in Deutschland L.H.O.S. hat was geschaffen in Deutschland ja danke Chad du willst Sekt Plus zu Sekt Plus Schmutz machen du Affe als ich Moins für die Exo 2018 geholt habe du warst am heulen Matthias das war doch Toxic mit der E-Mail wo mich das stimmt nicht aber gut der ist so anders krank als der Schweigert doch zu Expo du warst am Blasen dass wir uns da hinholen du warst am Blasen bestimmt war ich am Blasen so wenn wir noch meine Expo machen wirst du wieder blasen so in deinem kleinen vergammelten Twitchraum da du hast doch Sex Plus nie mit aufgebaut das hast du auch schon mal gesagt wer bist du wenn das Fahrrad und Kollegen sagen würden okay tamam wann habe ich gesagt ich habe Sex Plus aufgebaut oder mit aufgebaut habe ich nie gesagt ich war froh wenn wir Jobs gekriegt haben und wir haben immer gutes Geld verdient also okay Bro Alter ich habe es nie gesagt ich habe damit gar nichts zu tun Bro das ist ja wirklich so die wurde immer bezahlt also bin ich auch theoretisch dir nichts schuldig aber ich bin in der Firma dankbar und sie sind auch immer meine Freunde wieso die haben Sex Plus nicht aufgebaut die A-Zeit-Hass die haben Sex Plus nicht aufgebaut Jupp hat Sex Plus nicht aufgebaut gibt es Leute ja aber du bestimmt nicht was hast du gemacht du kamst zu jeder Expo damit wir das nochmal hier rauskriegen hiphop.de hat für jedes Interview Geld bekommen ich musste für hiphop.de Interviews Geld bezahlen Du musst es korrigieren Matthias für Placements in hiphop.de Interviews wie der so tut als ob der ein Rapper wäre wie der sich so darstellt als ob er so ein Rapper wäre der über hiphop.de interviewt wird als Rap-Künstler äh ist es das musst du schon genau deutlich sagen weil sonst versteht man das falsch weißt du hat die Mensch nicht kostenlos interviewt du musst es besser er konnte nicht anders also es ging ihm nicht um die Reichweite er lügt halt auch einfach er hat die Menschen nicht kostenlos interviewt doch hat er und zwar die Menschen die für ein Hiphop-Portal interessant sind oder für eine Hiphop-Sendung nämlich Rapper Hiphop-Artists ist er doch gar nicht was redet der für einen Scheiß Alter hat halt einfach keine Argumente oder so er musste das bezahlen er musste es bezahlen wir haben ihn ja geschlagen wir haben ihn so getreten du zahl du zahl das heißt da wird auch vieles getrickst und gelogen von Ruth Ruth ist ein Lügner genauso was habe ich denn was ich weiß ey Matthias kann es sein dass du echt nur Promo brauchst ist Zeck so am Arsch gerade ruf doch an wir machen einen neuen Deal aber das Geld von 2018 das bekomme ich das bekomme ich noch Mann Alter ist Zeck so am Arsch oder was Zeck Minus sag mal ehrlich bist du ist Crack Plus so am Arsch Digga was was willst du noch von mir jetzt mein Gott Alter klein wie du bist so verlogen bist du auch guck mal ich leag ganz Hiphop ich schwöre bei Gott boah ja ich bin klein also wenn du das nochmal sagst glaube ich das Ruth mach nicht diese Filme auf mich du weißt ganz genau eigentlich ich bin ein ganz anderes Level ich weiß gar nicht woher du diese Eier nimmst du bist Crack Level das weiß jeder in der Szene jeder weiß dass du deine eigene Marke fix mit solchen Moves tu mir nicht so auf ey pass auf ich bin anderes Level ich weiß es nicht Matthias ich würde ganz ruhig bleiben nur aber vielleicht hast du ein paar krasse Leute um dich rum und denkst du kannst es auf Straße es wird gar kein krasser dich anrufen mach dir gar keine Sau ich werde in meinem vergammelten Twitchzimmer sitzen und gammeln ich werde dich aber nicht zulassen so wirst du auch nicht machen so da musst du mich erschießen guck mal ich sag dir oh ja du bist ganz heftig der ist so hängen geblieben ne also wirklich der scheint vom Intellekt einfach wie so ein 16-Jähriger zu sein Straßenleute die müssen mich erschießen der denkt der ist bei Men is the Society du hast doch Verantwortung über ein Unternehmen der ist doch bestimmt auch so ein also ich schätze den so wie uns ein so Anfang 40 oder sowas ist der doch so plus minus 40 wie kann man in dem in dem Alter noch so so denken vor allem wenn es keine also keine keine Grundlage dafür gibt ich habe ja vorher schon mal gesagt wenn Ruth schon so angefangen hätte ich werde dich ab und bla 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 wenn du dann so reagierst okay nochmal was anderes ist ja okay wir haben alle so unseren Bezug zur Street und bla bla aber hier ging es doch gar nicht um sowas hier ging es doch einfach bloß darum dass du eine interne ausgeplappert hast erwischt wurdest daraufhin hast du angefressen reagiert und bist beleidigend geworden und jetzt kriegst du einfach was zurück und er kommt irgendwie die müssen mich erschießen wegen was denn voll peinlich ich höre wie ein 16-jähriger ich rufe jetzt die Nomads an und dann müssen die dich erschießen ja bro sag mal ehrlich was soll denn das das Gelaber hast du jetzt schon Angst oder was also ich ich was ist los mit dir entspann dich bro gib mal einen Promocode ja ich will mir die Eiweißchecks ein bisschen günstiger holen jetzt entspann dich mal gib mal einen Promocode eine Sache ganz HipHop.de HipHop hat dich ausgenutzt so dein gestelltes Video bei Chromotion so peinlich wo Haji dir Geld gegeben hat damit du Chromotion bewirbst so also dass das ein Placement war ist offensichtlich und ich habe das natürlich auch kommuniziert dass er Haji und das sind auch alles Leute von früher von seinem Team glaube ich die sich jetzt selbstständig gemacht haben mit Chromotion dass die sich nicht dass die nicht cool sind miteinander das glaube ich weiß jeder aber gib mal jetzt einen Code wegen Whey Proteine guckt doch guckt euch dieses Video an Leute Ruth mit Chromotion als bezahlte Werbung Ruth macht das nicht kostenlos Bro das wirklich du hast die Mondlandung entlarvt das ist also Placement für Chromotion und es war gar nicht nicht umsonst niemals du meinst also ich bin nicht auf eigene Kosten dahin geflogen und habe das abgefilmt und habe noch so ich schwöre ich schwöre ich dachte ich bin der Einzige der das sieht das da hinten sind das irgendwie dem sein sind das irgendwie Matthias seine Beine also liegt der liegt der so mit seinem Handy und macht so oder was wie so wie so wie so eine beleidigte Teenagerin Dicker den Code erzählt und bla und das ganze du meinst das war wow das ist so wild es ist einfach so der du sagst so voll wütende Sachen so so streetmäßig aber du bist einfach wie so eine pubertierende 16-Jährige die müssen mich erschießen die müssen mich erschießen du kannst keine Streetleute anrufen die müssen mich erschießen die müssen mich erschießen ich kann nicht mehr ich schwöre mein Gott eigentlich verrückt ich meine also mit dem Code ZECK SCHMUTZ Leute könnt ihr auf jeden Fall Whey Proteine kriegen wer hat das gesagt dass es kostenlos ist Bro ich habe hier gesessen und gesagt das ist ein Deal ich habe es ist auch ganz ehrlich ja und habe ich nicht gesagt ja es ist ein Placement ja ich verdiene Geld sorry 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 dass ich das bewerben von deren Laden oder auch deinem Laden Geld verdiene sorry ich werde demnächst meinen Vermieter sagen hör mal zu Bro was willst du Euro nimm hier Whey Protein von ZECK Plus für die Miete tamam krass Wrestling ist nicht echt nein der Dicke der da sitzt den kannst du auch nicht mehr leiden hat dafür Geld bezahlt komisch dass du irgendwie mit gar keinem mehr gut bist ich wollte gerade sagen komisch dass du absolut mit keinem mehr gut bist komisch dass du niemanden leiden kannst irgendwie komisch dass du auch mich jetzt auch einmal nicht mehr leiden kannst ich selber guck mal ich liege mich doch selber ich musste Geld bezahlen dafür dass Roos auf der FIBO Kollege interviewt warte mal ganz kurz ich sehe gerade also also wirklich das ist doch grenztivier als ob da irgendwas sensationelles daran wäre dass eine Firma die Produkte herstellt die sich halt eben mit Republikum vermarkten lassen dass diese Firma dafür Geld bezahlt wenn auf deren Veranstaltung ein ein Interview auf deren Bestreben hin abgehalten wird was ja Promozwecke für diese Marke äh ähm darstellt als ob daran irgendetwas ungewöhnlich wäre dass diese Firma dann dafür blechen soll warum soll also andersrum gefragt warum soll warum soll Roos das umsonst machen er verteilt ja auf die auf äh auf gar keinen Fall seine Produkte umsonst Roos sein Produkt ist sein Content sein Produkt sind seine Proteine sein Zeug seine Supplements jeder möchte für sein Produkt bezahlt werden für seine Leistung bezahlt werden für seine Arbeit bezahlt werden das warum soll Roos umsonst das ist so wie das das ist Gott sei Dank ist das heute nicht mehr so krass aber früher das war so wie früher immer hey du bist Rapper ja ja rap mal was verleg mal paar Fliesen folier mal mein Auto das ist so komisch alter ist so eine Logik der Marvin reagiert wohl auch gerade drauf ne nur ganz kurze Info also nur kurz kurze Frage an Matthias Matthias äh der Marvin hat ja das ZEG Plus Logo da in seinem Stream ne eine kurze Frage ist das freiwillig weil er das so geil findet musstest du Marvin bezahlen äh oder ist das Placement wirst du über ihn auch demnächst sagen ich musste das bezahlen dass das da drin war hör mal da muss ich ich liege mich ja selber ja wow du hast das wow du bist ja also ja wie ich schon vorher gesagt habe also ich würde mir echt Sorgen machen wenn ich mit dem zusammenarbeite und dann solche Sachen sehe oder wenn ich vorhabe oder darüber nachdenke auf den äh zu reagieren das ist doch Win-Win-Kolle-Interview schreibt Najib ja und selbst wenn es Win-Win ist du bist ja trotzdem nicht verpflichtet es umsonst zu machen und der andere ist ja nicht verpflichtet es zu machen verstehst du was ich meine also der andere sagt hey kannst du den bitte bei mir interviewen und du sagst ja aber ich möchte gerne den und den Betrag und dann kannst du sagen nö und dann ist es doch erledigt also ich verstehe den Punkt nicht das ist ja er ist keine Privatperson er ist eine Marke und in dem Moment wenn Ruth auf seinem Stand oder bei seinem Event etwas macht wo er quasi auch seine Reichweite hierfür äh einsetzt dann verkauft dann beteiligt er sich an der Steigerung der Reichweite die dann wiederum mit Auslöser dafür ist dass zum Beispiel mehr Leute dieses Produkt kaufen warum 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 muss Ruth darauf verzichten in irgendeiner Form dafür entlohnt zu werden muss er nicht und er wiederum muss dann Ruth das nicht machen lassen hat er doch ganz am Anfang auch gemacht war ihm Ruth zu teuer dann hat er Moise genommen dir den Punkt nicht mal ehrlich gesagt also der Schlauste bist du nicht aber gut okay mein Gott oh mein Gott Alter ey ja ist okay weiter geht Alter wie viele Storys hat dieser Matthias Clemens wie viel geht das noch das sind 100 ich wollte dir gerade sagen ich kann nicht mehr ich war ein Nebensatz für das gesagt ich höre bei Gott auch Klicks bringt ohne Ende ich muss doch für Fahrradinterviews Geld bezahlen das ist ein Fakt du musstest nicht für Fahrradinterviews Geld bezahlen oder für Kollegahinterviews der drückt das immer so mäßig aus das ist natürlich Quatsch ist jedem klar dass das Quatsch ist weil dein Fahrrad wer sagt zu einem Fahrradinterview nein Fahrrad bringt die Reichweite mit du wolltest gern in einem Fahrradinterview stattfinden mit deiner Marke ja und deswegen hast du bezahlt und das ist auch okay guter Deal für mich für dich ist es eine Win-Win-Situation ja äh oh ich habe Podcast gehört die machen Werbung im Podcast oh mein Gott wie können die das machen hä ich gucke gerade Fernsehen da kommt so Werbung hä die was die musst du dafür zahlen erzähl mir jetzt noch deine Lebensgeschichte dann sind wir durch Bruder es ist unglaublich Philadelphia musste einfach dafür bezahlen die mussten einfach dafür bezahlen dass sie auf irgendeiner Plakatwand drauf waren bei einem Interview von irgendeinem Sportler HipHop.de von Ruth 50% geleitet war nie eine äh unabhängige Plattform von Ruth 50% geleitet weil das ist ja so schön gewesen ja so gerne ich auch Tobi habe und so Brothers wir auch sind leider gehört der Laden mir nicht 50% nicht mal 1% du hast dort Geld bezahlt für Interviews außer große Rapper von Releases haben kein Geld bezahlt weil oder niemals hat ein Rapper bezahlt für Interviews die Markennamen bezahlt wenn die in den Interviews und das ist heute noch so stattfindet also ich habe echt viele Interviews bei HipHop.de gehabt egal ob mit Ruth oder mit jemand anderem ich habe nie 1 Cent gezahlt niemals niemals auch nur 1 Cent und ich habe schon ganz früh angefangen damals mit dem äh Machtrap Interview wo Schindi noch dabei war mit Latze wir haben nie 1 Cent zahlen müssen das ist ein Placement Bro das ist eine Produktplatzierung auch altertümlich in der Römer Zeit wurde das noch Warbung genannt Warbung das kann er aber schon gut muss man sagen das sah authentisch aus das ist aber kindisch Matthias das ist das Kindergarten hast du auch geblasen damit du auf die Expo kannst du noch ein bisschen Geld kriegst so und nochmal du hast bei der Expo auch schon zu viel Geld bekommen so ich habe gut verdient bei der Expo das habe ich nie in Frage gestellt das ist einer der Gründe übrigens äh warum ich auch dem ganzen Geld jetzt nicht mehr hinterhergerannt bin weil ich hatte so das Gefühl komm alter irgendwann wird es irgendwie wieder eine Möglichkeit geben mit Sex zu arbeiten will ich jetzt mal nicht so äh ja Korinthenkacker sein ich habe auch ne mit Malik auch dieses Gespräch gehabt dann aber ist Malik aus der Firma raus viele sind aus der Firma raus du bist irgendwie völlig abgestürzt ich habe keine Ahnung warum wie gesagt wünsche dir nichts Schlechtes weiß ich ob es gesundheitlich war vielleicht war es auch wegen deinem Hund Amino was ich völlig verstehen kann ne also ich liebe meinen Hund auch sehr ihr wisst das verstehe ich aber irgendwie ist es ja dann so passiert bis heute nie wieder ein Geschäft gemacht bis heute habe ich nicht über dich geredet schon mal nicht schlecht ich war echt gut über dich geredet wenn der Name fällt so na das muss klar sein das muss klar sein weil du hättest doch von Köln mit nach Essen einen Zug fahren können mit einem Heim fahren können es waren viele Leute aus Essen Sicherheitsleute aus Essen wieso hast du ein Fünf-Sterne-Hotel bekommen von mir habe ich nicht bekommen aber wenn ich erinnere mich nicht aber wenn danke aber ich habe ja wie gesagt also habe ich also habe ich nicht drum gebeten oder was jeder kann Mois fragen ich habe so ein äh ein Zimmer gehabt in so einem Ein-Sterne-Zwei-Sterne-Motel was okay war Leon Lovler hat auch geschlafen jeder kann nicht fragen Mois hat in meinem Zimmer ein paar Stunden gepennt bis er ein eigenes bekommen hat das war aber nie ein Thema Bro das war ja kein Problem schenkt Belesch Mois Hotel vier Tage hat mich danke für dich bestimmt 2000 Euro extra gekostet hätte ich dir gar nicht bezahlen müssen so ich glaube aber dass ich erinnere mich nicht an Fünf-Sterne aber es gab mal ein eine Geschichte wo wir ein gutes Hotel hatten das war aber jetzt nicht glaube ich unbedingt auf meinen Namen ich glaube der hat einfach wirklich 50-60 Zimmer der hat ja die haben einen riesen Expo gemacht der hat 50 Zimmer gehabt und dabei ist eins abgefallen und ich bin hab mich reingesmoved weil in einem anderen Hotel nix frei war aber ist das für ein Hotel Thema ist doch scheißegal Bro worum geht's hier überhaupt Tommy nimm korrekt zu dir du warst unkriegt zu mir du hast mich abgezogen bei Havax so ich hab nicht drüber geredet aber ich hab dich abgezogen bei Havax ich hab das sogar vergessen du hast mich heute jetzt drauf gebracht du bist dein Abzieher du hast mich abgezogen beziehungsweise Malek war so schlau guck mal ich lobe sogar Malek dass er sich hat von dir abziehen lassen weil er wusste guck mal ich lobe sogar Malek äh was ich hab dich ich hab dich bei Havax abgezogen bitte erzähl wie das war zu diesem Zeitpunkt brauchten wir dich noch und du bist ein Fitnermacher du machst immer Fitnermacher die Füße hinten aber du brauchst es mich noch du bist ja tam korrekt du hast also von mir schlecht gedacht Fitnermacher aber wir brauchten dich noch aber du musst es bei mir bezahlen also du weißt auch jetzt nicht unbedingt was du willst ne also ich bin der Abzieher aber du brauchst es mich also hast du mich benutzt und weil ich mich nicht benutzen haben lassen wollte benutzen lassen wollte das nervt dich ich check grad echt nicht was du sagen willst aber kommt zur Sache was war mit dem Havax Bro erzähl den Leuten doch was du über die Leute pro die du redest in deinen Streams was du hinter dem Rücken erzählst soll ich das erzählen soll ich direkt auspacken soll ich jetzt am Anfang deines Beefs ich liebe das erzähl mach mal direkt meine Geheimwaffen ziehen und sagen was du über die Leute redest so du Heuschler so mach mal soll ich direkt auspacken mach mir nicht den Mäus du weißt ganz genau dass ich nicht so ne Sch*** erzählen würde über andere dafür hab ich einen zu glatten Ruf ich passe mal auf mit wem ich rede und Matthias egal über wen ich vielleicht schlecht geredet habe mit dir hab ich das nicht gemacht meinst du ich würde einen Großmaul wie dir der morgens wenn er aufsteht seinen Schwanz nicht mal wäscht direkt live geht und alles erzählt meinst du ich würde dir irgendwas anvertrauen ich meine ich Mäus Mäus halt auf offener Straße offen über jeden diesmaß ich hab aller Wahrscheinlichkeit nach dir nicht vertraut bestimmt nicht zu dir der ist der ist ein Hurensohn der das ist das ist das ist ich meine Art das nur bei Leuten die nicht vertraue wie Mock wenn wir telefonieren dann der ist ein Hurensohn hey Bro soll ich mal auspacken ja pack aus pack aus wenn ich mit der Haarwachs machen soll dann kannst du aber nicht mit den Azatars arbeiten die haben mich auf der FIBO nicht richtig beschützt lass mich nicht reden Luz Bruder das ist das ist völlig ausgedacht was sagt er ich hätte gesagt wenn ich den Haarwachs mache soll er nicht mit Azatars arbeiten weil die hätten mich auf der FIBO nicht beschützt das hätte ich gesagt das macht nicht mal Sinn Bruder was ist das für ein Zusammenhang Bro das macht nicht mal Sinn das ist ja völlig die waren Sportler bei dir sind die immer noch Sportler ich weiß nicht bei dir als ob ich so ein mehrfach also man Alter ich habe sowieso gar keine Haarwachs also die Glatzenträger Azatars die Glatze haben habe ich Haarwachs ey Bruder halt die Schnauze oder langsam Bruder guck mal versuch doch jetzt sich Fitness zu machen zwischen mir und Azatars ich habe eh mit dir nichts zu tun seit Jahren die nicht gesehen aber was soll diese Scheiße Bruder du bist auf Stoff ganz easy auf was für ein Trembolon und vor allem wie gesagt er hat ihm vorgeworfen dass er Fitnermacher ist obwohl er hier diese ganze Insta-Stories lang nur am Fitnermachen ist zwischen Ruth und weiß ich nicht wie vielen Personen jetzt mittlerweile schon oder wie das sich nennt bist du ich muss mal Flair anrufen und sagen Flair auf was ist der der kennt sich ja aus mit sowas er versucht ein Schlachtfeld nach dem anderen zu öffnen damit ich so mäßig in Bredouille komme als ob ich die Macht gehabt habe 2018 zu sagen er soll deren Hauptsportler wegschmusen dann mache ich den Haarwachs-Promo und wenn ich Haarwachs-Promo mache dann weiß man ja es verkaufen sich eine Million Teile hey Bro der Haarwachs und der Health-Plus-Stuff ehrlich gesagt den haben die mir auf irgendeinem Deal dazu geschickt und passt ja zu mir Haarwachs und diese Health-Plus-Stuff das der Haarwachs war glaube ich sogar in diesem WM-Deal drin aber Bruder am Ende für mich ist ja egal guck mir die Produkte an ist ja immer so du guckst dir die Produkte an was passt er zu dir und was er nicht und Haarwachs ey passt super zu mir dann hat der Malik immer gesagt ey Ruth das passt guck mal du bist jetzt kein Pumper mach lieber für Health also diese Health-Plus äh und Haarwachs das passt doch zu dir und zieh unsere Zoo-T-Shirts an das war so diese Promo Bruder ey entspann dich lass mich nicht reden und bei Gott ich hab wegen Ruth bestimmt nicht die Aztas gekündigt bestimmt nicht wegen Ruth als ob als ob ich er sagt so er hat wegen Ruth nicht die Aztas gekündigt oh okay der ist komplett hängen geblieben ich hab gerade noch gedacht du hättest die gekündigt wegen mir du hast Prozente aber nicht auf Z plus oder mich für den Aztas gestritten die haben auch nicht deswegen gekündigt ich will nur ein Beispiel bringen ein Beispiel wie er Fitness zwischen mir und Aztas machen wollte so ich schwöre bei Gott das stimmt nicht ein Beispiel das ist was du die ganze Zeit gerade versuchst jetzt gerade machst du was dann checkst das nicht mal weil er auf der FIBO angeblich beschützt wurde wovor denn beschützt Ruth erzähl doch mal Ruth erzähl mal vor bevor du beschützt werden solltest also was auf der FIBO passiert ist gibt es glaube ich 80 Videos von ich hab es damals schon live erzählt aber ich hatte 0,0 mit Aztas zu tun weder im Schutz noch freundschaftlich noch alles einer von denen oder beide waren mit Sinan im Knast zur selben Zeit daher kenne ich die und ich kannte die damals aber auch nur flüchtig ich hab mit denen ich hab noch nie in meinem Leben mit denen weder telefoniert oder privat getroffen ich kenne die allermeistens von Farid und Zusammenhängen mit Farid also meinst du ich trau mich jemanden der mit denen jahrelang zusammenarbeitet so einen Quatsch zu erzählen so ja klar hey die Aztas übrigens arbeite nicht mit denen ja ja klar hey Bruder da hast du mich jetzt aber ein bisschen zu groß gemacht also gesehen davon dass die also abgesehen davon dass das drei so Killer sind so MMA Killer und so bla bla äh warum sollte ich irgendwie versuchen denen irgendwas äh als ob ich als ob die äh paar Düsen die ich bekommen hab für meine Arbeit als ob die nicht irgendwie das 10, 15, 20 fache bekommen haben weil du willst aber ganz anderer filmen was die gemacht haben oder Farid das ist oder ich weiß nicht wie du das zusammenbringst aber bist du jetzt bald fertig Bro verstehe ich gar nicht wofür brauchst du Schutz wie sollten Schutz aber Schutz weil ich krass bin ich bin ein Rapper was für einen Film hast du da gefahren erzähl doch mal Background Infos so was redest du die ganze Zeit ich war nie mit Abu und Ottmann unterwegs weder auf ZEK noch auf das die wenn die da waren dann waren die als Sportler da ich hab die auch mal interviewt die waren wenn dann mit Farid connected ich hab mit denen gar nichts zu tun gehabt und als diese Arafat die Stars Araber Marabah Gangmang dahin kam ihr wisst schon als das damals passiert ist waren die alle schon vorher weg die haben sich glaube ich ich erinnere mich jetzt nicht mehr aber nicht mehr gesehen ich hab damit sowieso gar nichts absolut gar nichts tun gehabt zwar gab es einen kleinen Mini Auflauf auf mich aber ja aber er ist salty jetzt erfindest du Sachen guck mal Bro das wird immer teurer die Scheiße für dich ich will mein Geld auf jeden Fall Matthias und es ist scheißegal ob du jetzt Fitna machst mit Gott und der Welt es ist auch egal ich werde mein Geld von dir kriegen du bist ja wie sagt man nochmal so schön auf TikTok ich bin richtig krank ich hab Krippe und ich muss eigentlich nach Köln da kannst du mich ja dann suchen komm ich wünsche dir gute Besserung Bro wenn du in Köln bist kannst du mich ja anrufen dann können wir uns ja treffen wir beide wissen dass du in Köln versuchst jeden anzurufen bevor du da hinkommst aber ruf mich doch an ruf nur mich an ich komme zu dir wir reden dann können wir das ja klar wir bringen das Geld mit ich poste jeden Standort ich öffne dich alles öffne dich wo ich bin meinst du dich ich poste öffentlich du meinst du dich überfallen oder was ich poste öffentlich wo ich bin du sollst mir einfach sagen wo du bist dann treffen wir uns dann haben wir ein Gespräch dann können wir einen Vertrag aufsetzen du kannst mir das Geld geben was du mir schuldest ganz ehrlich da können wir auch immer einen Anwalt laufen dann müssen wir ich mache ich mache öffentlich jeden Standort ich bin jetzt krank du bist nicht krank du bist auf Nase du bist auf Nase du bist Crack Plus das ist das Ding du bist einfach 100% heterosexueller Nasenbär ja voll der Süße ich bin ja voll der Süße ich verstehe dich du bist doch gerade ein bisschen krank verstehe ich alles cool gute Besserung mein Lieber ich bin krank geworden ich wollte morgen nach Köln von Zahmischem Jungen mal wieder verschoben weil ich krank geworden bin jetzt hier eine letzte Story über dich halt besser deine Fresse du kannst über mich gar nichts Negatives sagen du kannst 6 plus nicht zu 6 ich habe gar nicht viel über dich Negatives gesagt du hast mich beleidigt du hast schlecht über mich geredet dann habe ich gesagt ja wenn wir so reden da ist ja noch was offen aber alles andere habe ich gut geredet ich habe auch gesagt dass ich gut bei dir verdient habe dass das alles immer cool war die letzten Storys die du aber gemacht hast das sage ich dir nochmal damit das in deinem Koksschädel hängen bleibt es ist scheißegal wenn du anrufst Matthias du kleine salty Mäuschen du kleine Mäuschen du kannst anrufen wen du willst Bro du hast mit deinen letzten Storys es vermasselt jetzt zahl mir das Geld was du mir schuldest Crackplus ich habe keinen Schmutz von dir du bist Schmutz Zeck Schmutz Lass mich nicht auspacken ich werde dich auf TikTok oder YouTube aber mein heutiges TikTok habe ich ja schon gelöscht weil ihr Löwen seid wir haben das gelöscht wie habe ich das gelöscht mit meinem Pimmel während ich live bin Matthias du bist ein von Paranoid du bist Paranoid du bist zerfressen zeig deine Nase zeig deine Nase in die Kamera mach ein Foto von deiner Nase Nasenscheidewand du bist auf Insta oder YouTube aber da seid ihr ja Löwen Mann Alter Löwen seid und dann werden Leute wie Kuchen und Stay darauf reagieren und die werden dich nochmal hauptsächlich weil die dich nicht leiden können weil du für alle ein Versager bist so du bist Twitch Versager er sagt so dann werden Kuchen und Stay auf dich reagieren ich weiß gar nicht wie er auf Stay kommt aber Kuchen wird auf dich reagieren also ich kann mir auch nicht so richtig vorstellen dass Stay darauf reagieren wird wenn ich ehrlich bin ich kann mir nicht vorstellen dass Stay auf dieses Video reagieren wird in dem der Matthias den Roos als abgebrochenen Zwerg und 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 beleidigt hat kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen schaffst du es nicht allein oder was also erst sagt er ruf niemanden an dies das dann sagt er ja dann werden Kuchen Roos schreibt er sagt er soll niemanden an er sagt er soll niemanden anrufen er wird niemanden anrufen er braucht keine Hilfe aber er sagt Kuchen und Stay werden reagieren also braucht er schon natürlich braucht er der Typ ist doch vollkommen überfordert der ist überfordert mit ein paar Insta-Stories der hat einfach unser aller Ende gebracht Kuchen und Stay auf mich reagieren dies das ja auf sein ich sehe gerade auf seinem Drecks TikTok stand übrigens dass er wegen Community-Richtlinien gesperrt wurde wahrscheinlich weil er beleidigt hat guck mal Matthias guck mal mein Lieber du Nasenbär der Kuchen ich glaube der wird demnächst aufpassen was er so über mich erzählt damit er keinen Scheiß erzählt der hat gerade wieder ein Gerichtsding oder ein Gerichtsding gegen mich verloren ich weiß nicht ob der Bock hat aber ich weiß nicht warum du ihn mit reinziehst warum brauchst du ihn denn vielleicht neue oder Stay also warum brauchst du die denn schaffst du das nicht alleine ist ja jetzt nicht so dass ich eine kranke Reichweite hätte Frage Nummer 1 so ich bin ja froh dass du ans Mikrofon kommst mit deiner Größe so ich schwöre über Gott und ich beleide dich auch übel weil du aus den nix aus den nix also wenn du noch einmal über meine Größe redest dann wäre ich aber traurig dann gibt's Beef also Ey Matthias Kannst du mich bezahlen endlich warte seit 2018 auf mein Geld Zeck Schmutz Zeck Schmutz Crack Plus gib mir mein Money gib mir mein Money my Money gib mir mein Money my Money my Money my Money ich better give my Money ich better give my Money ich better give my Money ich hab bis zum heutigen Tag das nicht einmal erwähnt Bro mach mir scheißegal alles egal dies machst aber das ist jetzt das nur damit du es weißt äh damit du es weißt Bro das ist das zweite Mal dass du so Seitenhieb an mich machst nicht heute das erste Mal als wir den Shitstorm hatten im Sommer als es uns echt nicht gut ging weiß ich nicht wie wo du von der Seite gekommen bist und über mich so geredet hast auch wie jetzt Brode ich sage dir mach mich nicht von der Seite an mach deine Nase sauber mach einen Entzug vielleicht verzeihe ich dir dann dann sage ich du warst auf Drogen aber mach einen Entzug Alter dein Blick dein Blick weißt du was der sagt dein Blick sagt wo ist Bruce der Kleine ich kenne ihn aus Neid ein Beef mit mir startest du und wo du deine kleinen Eier holst die eh nicht groß sein können weiß ich eh nicht so du wär deine kleinen Eier ja klar ich bin klein hab ich auch kleine Eier ich verleidige so oft ich will ich sag was ich will und ich hab vor dir hab ich wirklich weniger Respekt als für jeden man merkt richtig dass du seinen wunden Punkt getroffen hast hol den mal wieder runter von seinem fliegenden Teppich ah cool auch noch auch noch ein Rechter auch noch ein Rechter und er checkt es nicht mal der wird noch runter geholt ich habe die ganze Rapszene so momentan keinen Feind niemand auf den ich Kikse habe außer jetzt Ruth Digga er checkt es nicht mal ne dass das ein Rechter ist hol den runter von seinem fliegenden Teppich na Ruth fliegst du auch demnächst mit dem Flugzeug ins World Trade Center rein Adam ist es bald durch wirklich das reicht jetzt lang damit der hat sich hier umsonst in meinen Twitch ZEK plusisiert ZEK Schmutz ja eigentlich schon hey Alter ZEK plus Promo auf den Nacken gemacht ohne Bezahlung bloß nur eine Story ich aber du hast recht ihm fuckt das ab dass der Kuchen TV mich so als Pate geframed hat das sogar fuckt ihm ab ja ey Kuchenmann bist du doof der ist kein Prate mach ihn nicht zum Prate mach mich zum Prate sag mich Eis Prate alter Schwede mit dem Koks ne ich habe in den letzten 10 Jahren so viele Tabletten gefressen Bruder so viel kannst du dir ganz leisten du Heckenpenner also ich schwöre bei Gott kannst du gar nicht bezahlen so viele Tabletten die ich gefressen habe kannst du gar nicht bezahlen aber Koks habe ich letztens Matthias ich fresse sehr sehr viele Tabletten die bezahlt aber die Krankenkasse Gott sei Dank ich habe es mal gezogen mit 17 Jahren danach war ich in der Ballerburg weil ich nicht mehr klar auf mein Leben kam und auf Aminos Grab zu dem habe ich keinen Kram Koks gezogen wäre es so würde ich zugeben habe ich Tabletten genommen letzten 10 Jahre habe ich so ja mein Gott du weißt doch Koks ist so ein Begriff für das du habe ich Alkohol getrunken die letzten 10 Jahre zweimal habe ich Testo gespritzt jede Woche alle 4 Tage haben wir nicht gemerkt wollte ich gerade sagen dass du dauernd Alkohol durch die Gegend läufst dauernd irgendwelche Anwagen machst und jetzt auch wieder das ist echt krass jeder der schon mal jemanden auf Testo gesehen hat der die über Agro schiebt kennt die Filme die der gerade durch macht Alter bitte guck dir seinen Kopf an man das hat sich gar nicht gemerkt dass du nicht normal bist nämlich Wachstumshemone mehr als du Hackenpinnere leisten kannst ja das sieht man auch nicht dass dein Gesicht gewachsen ist dass die Nase gewachsen ist das sieht man nicht das ist nicht der Missbrauch von Wachstumshormonen ich wäre da nicht drauf gekommen kenne mich damit ja nicht aus Koks nein würde ich Koks würde ich zugeben ja würde ich machen wieso ich bin Matthias Clemens ich gebe alles zu ganz weider Flex auf sowas sich feiern weiß ich nicht Flex so und noch was Ruß ne komm den den hebe ich mir noch auf so du Hackenpenner du Affe und keiner ruft irgendwen an komm du wenn du was von mir willst Villa Schahrazad Trio Rebelloch Köln Salam Aleikum ich fahre jetzt nach Köln äh nach wo hat er gesagt Villa Schahrazad Köln wenn du was von mir willst oder ich fahre nicht nach Trio lass mich in Ruhe darum geht es ihm auch interessanter Flex wenn man in dem Stream 20.000 Mal auf seine Liebe zu seinem verstorbenen Hund äh hinweist und auf die Tätowierung und wie sehr man ihn geliebt hat und dann ist die Beleidigung die ihm hier einfällt gegenüber Ruß Hund keine Ahnung ich hab selber keinen Hund ich weiß nicht wie man das so unterscheiden kann deswegen für mich ist das einfach nur eine Beleidigung aber dafür dass er den so sehr liebt dass er dann das Hund als Beleidigung verwendet ist auf jeden Fall auch interessant Fikkerchen was für ein Mensch du zeigst da bist du dein Hund und hast gerade Platz gemacht ich mach dich zum Hund du kleine F*** hier 6 plus äh der hat so zu älter Vibes ne ich mach dich zum Hund du kleine F*** ich mach dich zum Hund und so Bro warum zitterst du so wenn du das Produkt hältst ist es durch jetzt haben wir es jetzt ist da noch was richtig psychose oh mein Gott du Zwerg wie die dich zum Hampelmann machen guck mal nur Kuchen TV wie der dich gef***t hat hat er dich gef***t Ruß die Wahrheit Ruß Doppelmoral Ruß Distick hab ich gerade reinguckt die haben dich komplett hops genommen Bruder die sind tot die haben dich gef***t guck wie du aussiest wie ein Opa jetzt keine Ahnung 25, 26 jetzt spiel ein Baby auf dem hier sehe ich aber überraschend gut aus haben die meine Augenringe weggemacht du bist aus wie so ein Baby Opa wie so ein Zwerg Opa dann hier war es mit Jason dann hat er dich ja noch mehr gef***t dann wurdest du noch mal kommst du zerstört Bruder wer hat dich nicht gef***t hier hast du wieder vor Gesicht gewonnen ja Muschi du bist ein Zinker aber du bist ein Ehrenmann du gehst auch vor Gesicht du bist ja genauso ein Lutscher das ist ja gut ich glaube da brauchen wir jetzt nicht mehr viel zu sagen das ist ein kleines bisschen Sault der durchgedrehte Flex Wahnsinn ist das war es jetzt ich hoffe komm Bruder das war es jetzt oder Matthias ich mach eine kurze Pause okay Matthias mein Lieber komm du Hund komm du Hund mach diese Flex Bruder du weißt genau Bruder dass wir freiwillig alle kein Zeck benutzen weder den Haarwachs noch die Stoffe nix niemand benutzt das freiwillig die allermeisten in der Öffentlichkeit werden dafür gut bezahlt danke nochmal fürs Geld aber privat wird natürlich dann gerne doch diese andere dieses was benutzen die Jungs immer ESN ich kenn mich damit ja eh nicht so gut aus aber alles gut ja okay dann machen wir hier an der Stelle Pause äh und Ruth hat mich gerade darauf hingewiesen dass er danach noch was gepostet hat da wir jetzt eh schon den ganzen Stream damit verbracht haben uns diesen cholerischen Meltdown anzuschauen können wir uns gerade noch die restlichen Storys angucken und dann war es das einfach guck mal Leute ich gehe jetzt schlafen aber ich muss noch eine Sache zu Ruth sagen und uns schon mal vorwarnen und zeigen wie link und dumm er ist in meiner letzten Story in dem sieht man schon wie er sich widerspricht mit seinen eigenen Worten vorher an alle Muslime Entschuldigung dass ich im Ramadan so rumgebrüllt habe aber der Typ hat mich hardcore gezögert ich weiß nicht wer der Schwanz kommt aus welcher Ecke dass er mir auf den Sack geht ich habe mit dem gar nichts mehr zu tun zu 100 Jahren ich will mit dem auch nichts zu tun haben warum hast du ihn dann in deiner Story erwähnt und interner ausgeplappert ist deine eigene Schuld du hast es gemacht komm los ich zeige dir jetzt ein Beispiel wo du dran siehst dass du ein Tam Lutscher bist so ein richtiger Lutscher du sagst Matthias wird sofort Leute anrufen die dann mich anrufen die ist das Träller bei Gott ich werde gar kein drüber reden so ich rede mal Marketing drüber Marketing Team drüber ich sage was hat der Hund gesagt und dann möchte ich vielleicht ficken ich werde gar keinen anrufen so gar keinen was sagst du bei deinem Team oh ich werde morgen mal Mollik anrufen also hä ja weil du behauptet hast dass er Geld von über ihn bekommen hat von dir was er halt einfach nun mal nicht hat was soll er denn sonst machen wenn er das Geld nicht bekommen hat ist doch ebenfalls auf deinem Mist gewachsen dass er ihn anrufen muss du hast den ins Spiel gebracht du projizierst dein eigenes Verhalten auf Ruth du hast Ruth dazu veranlasst dass er den anrufen muss Dickerchen Direkt schon dein erster Schritt morgen ist du rufst jemanden an der mit mir auch schlecht ist der Feind von meinem Feind ist mein Freund also bist du eine F*** das zeigt mir was für eine F*** du bist du sagst doch nicht ich werde Leute anrufen der Feind von meinem Feind ist mein Freund du bist gerade du bist gerade wirklich du bist gerade wirklich vor deinem Fernseher gelaufen und hast mit deinem Fernseher den Suchverlauf von von YouTube KuchenTV abgefilmt aber der Feind seines Feindes ist Ruths Freund aber du hast gerade einfach so KuchenTV Videos abgefilmt du hast vorher gesagt ja der ist zwar ein B***er aber der wird das bestätigen du hast doch deine Feinde zu deinen Freunden gemacht weil du sie gegen Ruths irgendwie brauchst damit sie irgendwas bestätigen oder sonst oder sonst irgendwas das ist also ich ich muss sagen das ist fast schon beeindruckend wenn man so ein erfolgreiches Unternehmen hat aber dann wirklich so infantil argumentiert das ist echt beeindruckend echt beeindruckend frag mich wieso Verhandlungen wie so Vertragsverhandlungen ablaufen ich rufe gar keinen an für dich wen soll ich für dich anrufen wen wen soll ich für dich anrufen und wieso soll ich überhaupt anrufen aber perfekt du rufst die perfekte Person an du rufst einen an der mich mit am besten kennt dann fragst du morgen Malek drei Sachen guck mal ich sag dir zum ersten deine Antwort wirst du nicht bekommen die gehört zu den drei Sachen deine Frage deine Frage die du an ihn hast wirst du nicht bekommen Malek mag nur fünf Menschen in seinem Leben seine Mutter Tobi Hannes Mathis und seine Frau sonst sind für ihn alle anderen Menschen nur Schachfiguren Alter ne zittert übel Fakt mich hat er auch mal gemocht und dann irgendwann wurde seine Psyche instabil und Leute haben ihm was geflüstert hat er sich nicht mehr gemocht aber vielleicht hat er mich auch nie gemocht aber Fakt ist er mag nur fünf Menschen alle anderen Menschen sind für ihn nur Schachfiguren er wird dir bei deinem Krieg nicht helfen und jetzt fragst du ihn auch wieso frag ihn auch wieso er wird dir sagen Mathis ist krass der hat einfach so ein Krieg der hat einfach so eine Insta-Story gepostet und hat Scheiße gelabert Roos hat es gehört und hat es von sich gewiesen daraufhin ist er komplett geplatzt und jetzt sucht sich Roos jemanden für einen Krieg der hat einfach der hat einfach Dritte Weltkrieg aus paar Insta-Stories und eine Twitch-Reaction gemacht oder wirklich ne wer hat erwachsen er denkt das ist ein Krieg ihr müsst mich erschießen Mathis hat autistische Züge und Mathis hat Aggressionsprobleme der kommt aus solchen Sachen nicht klar der gehört in die Geschlossene der ist krank bei solchen Sachen ja dann geh doch in die Geschlossene wenn du es schon selber weißt dann geh doch in die Geschlossene was machst du da noch kümmer dich doch dann um deine Probleme das ist ja heftig Alter und dann fragst du ihn bitte diese zwei Fragen hat Mathias jemals den Schwanz eingezogen Leute von links oder von rechts gezogen oder irgendjemand von der Palabatte frag ihn ah das frag ihn das Roos das Problem ist er denkt halt einfach ernsthaft dass Roos mit Anrufen meinte dass Mathias Leute anruft weil er Angst hat dass Roos ihn sonst irgendwie in so einem Bare Knuckle Fight zusammenschlägt oder sowas ich glaube langsam er denkt dass du das damit gemeint hast Roos also dass er also dass du gesagt hättest ja der Mathias der wird Leute anrufen weil ansonsten werde ich den auseinander boxen oder sowas das denkt er halt einfach ernsthaft aber ey das wie gesagt das ist einfach wie so ein wie so ein 16-Jähriger im Jugendhaus so ein Talk ist das das ist einfach der Chef von 6 plus morg du genau weißt wo du dran bist und dann fragst du ihn so ob ich mich selber gerade mache ob ich mich immer selber gerade gemacht habe ne und dann fragst du ihn die wichtigste Frage ne die sollte dich davon abhalten nicht zu viel zu telefonieren frag ihn wie perfide und bis ich ich bin ey Roos glaubst du eigentlich dass währenddessen parallel dazu glaubst du eigentlich dass währenddessen Nachrichten von Rehauge bei ihm eingekommen sind langsam denke ich das irgendwie ich weiß auch nicht warum vielleicht ist auch nur so eine Intuition aber irgendwie kann ich mir kann ich mir das langsam vorstellen ich schwörs dir wenn mich jemand anpisst frag ihn wie geisteskrank ich plane und wieso er sagt ich schwörsische Züge der kriegt so Nachrichten sei nicht so nett zu nehmen sei doch nicht so nett frag ihn das Malik hat mit mir jede Marketingstrategie und jede Politik sieben Jahre würde ich sagen wie ein Mann mitgemacht und dann achte Jahr ist er abgekackt aber sieben Jahre war der wie ein Löwe also frag ihn wenn ich mit einem Beef habe wie viele Jahre ich plane frag Malik morgen nach seiner Meinung ich bin ja lange offline ob ich offline bin oder ob ich Andorff nehme den Leuten die nach Arminius Tod mich abgefuckt haben richtig in den Arsch zu treten frag das morgen Malik frag Malik wie ich plane wie krank ich plane wie lange ich nachts wach bleibe frag Malik wie viele Stunden ich wach bleibe alleine wenn ich Beef habe frag ich ich schwöre bei Gott eigentlich Russ eigentlich müsstest du was los machen mit Malik und dann so Malik wie krank ist eigentlich Matthias also wie viele Stunden liegt er so im Schnitt dann eigentlich so wach bevor der Anlauf nimmt bei einem Beef um Leute zu zerstören wie krass gehört er eigentlich jetzt in die Geschlossene interessant also würdest du sagen dass er also nächtelang wach liegt verstehe ich das richtig mhm ok interessant ey dicker das ist wirklich Bruder frag ihn wie lange ich wach bleibe wenn ich sauer bin frag ob 72 Stunden sind oder er denkt er ist John Wick du Großmaul du riesen Großmaul verstehe ich meine und red nicht von Leuten ich schwöre bei Gott darüber zu reden dass wir beide uns prügeln ist eh albern aus körperlichen Gründen aber dann keine Ahnung ja krass guck er dachte das echt er dachte knarren dann machen wir es wie im wilden Westen was er dachte er dachte du willst mit ihm High Noon machen Rus er dachte du er dachte wirklich ihr wollt den machen er dachte echtes er dachte ernsthaft ihr macht Standoff vorm Saloon der ist wirklich der ist der ist der ist keine Ahnung Alter der ist seelisch divergent krass dann ist es Gleichberechtigung so aber kommst du mit irgendwelchen ich muss aber also ich muss jetzt muss ich langsam sagen jetzt verstehe ich doch warum er 100% für den Tanyl Talk Podcast sponsert jetzt verstehe ich es doch jetzt macht das Sinn in irgendeiner Politik sogar wenn mein bester Freund anruft so das ist komplett eskaliert zwischen uns ich schüre bei Gott und wie gesagt du rufst ja morgen Malek an also du machst schon den ersten Anruf ist ja scheißegal ob du einen Straßentyp anrufst oder Malek du machst schon die erste linke Politik du rufst einen an du sagst selber schon du sagst mit Türen ruf Leute an ich habe mit gar keinem geredet ich habe einen Freund gefragt ey ist meine Story okay was sagt Rus sonst so sonst gar nichts aber keine Straßensache oder kein Feind von dir so einen den ich einfach wissen lassen wollte wie ist Feedback so du rufst aber schon Leute an Malek ist ja auch so gesehen von der Straße er ist ja auch eine Schachfigur du rufst ihn an und du wirst auch deine Straßeneute anrufen weil du so bist weil du ein Niemand bist weil du ein Penner bist also guck mal Rus frag den Malek morgen diese drei Fragen und ich sag dir noch was spiel keine Spielchen mit mir spiel keine Spielchen ich schwöre bei Gott so und ich rede die ganze Zeit nicht von Straße weil das wäre albern das wäre kindisch albern du musst mir so weit unterlegen es wäre albern darüber zu reden aber Fakt ist halt du kennst Straßenleute ich bin mit Straßenleuten groß geworden Fakt ist auf dich haben Straßenleute aufgepasst ich hab mit Straßenleuten Aktionen durchgezogen das ist einfach ein Fakt das kannst du mal nicht aufragen so und das weißt du und das weiß ich weißt du was ich meine so deswegen brauchen wir über Straße gar nicht reden so dann ging es eh nur drum dass du irgendwelche Leute akquirierst die du kennst um deinen Arsch zu retten so also lass diese Filme sofort aber dass du normal darauf zeigst schon deine Peinlichkeit weil du dich alleine wehren kannst auch nicht mit Worten ich muss direkt Malik anrufen ja du rufst direkt sozusagen meinen Erzfeind an mit dem ich den maximalen Beef hab zeig doch wie du bist und wo ist der Unterschied ein Straßtück anrufen oder Malik aber mach's bitte und stell dir drei Fragen und good night du Hund und trotzdem alle Muslime Entschuldigung aber ich kann nicht ohne ausrasten bei dem ich kann nicht ohne ey Dicker also das ist echt beeindruckend muss ich schon sagen das ist wirklich beeindruckend du sollst nicht auf Straße reden er hat einfach nonstop über Straße geredet er hat das von Anfang an verstanden wie so ein wie so eine Jugendhaus ist ja auch voll Straße Bruder also tut mir echt leid wie Straße ist das denn wenn man das über Social Media macht ist ja echt voll krass Straße also alle Leute die ich kenne die so straßenmäßig Sachen durchziehen die kündigen das vorher auf Instastory an das ist ganz normal ganz normal hier also Stuttgart alle Bandenkriege hier in Stuttgart funktionieren immer vorher mit Instastories weiß jeder das ist echt Alter das ist wirklich also da kommt glaube ich bald eine Spiegel TV Doku über das Thema Dicker heftig also das war jetzt wirklich unerwartet äh aber ich weiß nicht was das ist Ruth ich glaube ich muss langsam echt Dingsbums Kontakt zu dir einstellen ich 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 komme von einer Kuriosität in die andere rein warum ziehst du solche Leute an Ruth was wollen die alle von dir was ist das aus dem nichts kommt der und eskaliert komplett und es ist einfach es ist so lustig es ist dann trotzdem irgendwie kommt immer zusammen was zusammen gehört filmt der einfach so den YouTube Kanal von KuchenTV ab zeigt der einfach so eine Nachricht wo jemand schreibt jemand muss Ruth von seinem fliegenden Teppich runterholen und der denkt sich noch nicht mal was da dran dabei keine ahnung da muss man gar nicht mehr sagen was sich mit dir von 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 Ja, dann.